Das hat ja wunderbar funktioniert wieder mit den Kommentar-Highlights. Was habt ihr alles geschrieben? Nur weil relativ wenig in Sachen Kommentar-Highlights war. Ich wollte ja Gedichte. Das ist jetzt unser neues Ding. Wir machen jetzt Gedichte. Es kamen zwei Gedichte insgesamt. Ja, muss ich jetzt nochmal überlegen. Aber das Ding heißt jetzt nicht mehr Kommentar-Highlight, sondern Gedicht-Highlight. Ge-High statt Komm-High. Versteht ihr? Ich würde aber sagen, der Vogel Sascha. Der Sascha Vogel, Grüße, der schreibt doch immer fleißig. Der würde das Gedicht gewinnen. Es ist eigentlich kein Gedicht. Eigentlich ist es so eine Disline. Vielleicht ist es so ein bisschen, was Peer machen würde. Die für Sterne Chris. Es ist vielleicht auch nicht so ganz rund geworden. Aber ich finde es durchaus witzig. Deswegen lese ich das vor. Die Asuka mit Becky auf der Decki kämpfen um Bodhi Hayward. Aber Korra Jade verwandelt sich in Danny Luna. Ist kein Reim. Schon gar kein Matthias-Reim. Egal, wenn es mit Men gefällt. Also gefällt es, gefällt es auch euch. Ja. Ah. Naja. Ein besseres Gedicht gab es auch. Das kann aber nicht Kommentar-Highlight werden. Weil das kam vom Lone Star natürlich. Und das ist ja der, der immer bettelt. Dass wir wieder Spotlight-Breaking-News machen. Wird passieren. Ja, mache ich irgendwann mal heute. Aber nicht. Wenn ich das jetzt vorlesen würde, würde das ja heißen, dass es das Kommentar-Highlight war. Also das G-High eigentlich. Ich lese es trotzdem vor. Ist egal. Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Ich wünsche dem Marcel, dass er auf ewig steht im Stau. Auch Herr Flöter sieht es so. Ich weiß es ganz genau. Breaking News sind geil. Das kommen heute dagegen, Mau. Naja. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht müsst. Ihr hört den Spotlight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Einen Abend allerseits. Hier ist mal wieder eure besinnlich abgefahrene Spotlight Raw-Review, die nur sehr selten besinnlich ist. Seien wir mal ehrlich, wir stehen ziemlich genau wenige Tage vor Money in the Bank. Und das sollte ja mal in dem Stadion sein. Jetzt ist es aber in der Halle, weil genau wie diese Folge Monday Night Raw. Das ist der Bogen, den ich jetzt gespannt habe. Und heute haben wir einen ganz, ganz speziellen Ehrenkantengast auf der Karte. Ihr habt es schon gesehen, ja. Und damit meine ich nicht die verbotene Tür zu meiner Tür. Und ich meine auch nicht den Mann, der fälschlicherweise auf Miro getippt hat. Nein. Ich meine natürlich John Cena, aber ich begrüße jetzt erstmal den Mann daneben mir, den Herrn Flöter mit OE. Hallo Herr Flöter. Ein wunderschön, was auch immer. Er spricht der Typ-König von AEW. Wieder mal. Wieder mal. Zumindest, zumindest, zumindest bei den Top-Kandidaten gewesen, die 14 Punkte geholt haben. Keiner hatte volle Punktzahl. Aber immerhin ein weniger Miro nicht getroffen. Okay, aber ansonsten. Das hättest du jetzt auch noch. Habe ich den Teserstreifen? Habe ich gesehen. Nein, ganz ehrlich, ich habe gewürfelt, habe ich teilweise. Aber anscheinend glücklich gewürfelt diesmal mit 4-Zwunk-Drausgang. Super. Den Tippspiel-Sieger hat Tobi ja schon bekannt gegeben. Ich habe vergessen, wer es war. Sorry dafür. Aber das ist wunderbar. Gibt es in einer Review für AWXNJPB. Okay, vor Bindor. Da haben sie eine Stunde 45 geredet über diesen Event. Eine Stunde 45, Marcel. Und wir werden hier angegeiert, wenn es hier länger wie eine Stunde geht. Weißt du, was war da los? Nee, wird es ja nie gehen. Werden wir heute auch nicht. Also nein, nein. Hört euch das an. Der 5-Sterne-Chris war da. Immer wieder schön von 5-Sterne-Chris zu hören. Und die Show war nicht so ganz für uns, sagen wir mal so. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe auch ein bisschen vielleicht geskippt. Waren gute Matches dabei, muss man sagen. Aufbau hat uns nicht gefallen. Hat denen auch nicht gefallen. Hört euch das nochmal an. Aber auf alle Fälle war eine Show, die man machen kann. Wir haben auch einige Star-Gäste heute. Kann ich jetzt schon mal teasen. Verbitten dort zwei machen wir heute. Den Lips. Flöder, weißt du eigentlich, wo wir sind heute mit Raw? Ja. Weißt du, warum ich das weiß? Das ist mir sehr lustig. Weil wir sind nämlich in Laredo, Texas. Ja, pass auf. Aber nicht nur das. Ja, weißt du, warum ich das weiß? Weil Kevin Owens getwittert hat. Er konnte dieses Mal nicht kommen, weil er will nicht nach Texas. Ja, er zieht die Nummer weiter durch. Ja, es ist kein Witz. Und deswegen findet heute das Match mit Elrod, mit El, Sikiel, wie sie alle heißen, leider einfach nicht statt. Sagt man in der Show nicht, aber er hat es getwittert. Fand ich sehr lustig. Oh ja, da werden wir gleich drauf eingehen. Es ist Laredo, Texas. Ich kannte die Stadt nicht, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Die liegt direkt am Rio Grande. Das ist ja die Grenze zu Mexiko. Mexiko. Kannst echt gucken. Da hast du so einen Fluss, der geht da so durch. Und dann hast du oben Laredo, der amerikanischen Teil. Und unterm Fluss ist, jetzt rat mal, wie der Teil heißt. Laredo. Nee, ja, fast. Ohne Witz, der heißt Nuevo Laredo. Ja, und da ist alles Sparendes. Ganz viele verbinden Doors sind wahrscheinlich dazwischen, gehe ich mal davon aus. Und Funfact, Laredo ist die größte US-Stadt ohne eine Buchhandlung. So, haben wir das auch abgehakt? Dann lass doch jetzt mal in den Raw reingehen. Mein Tippspielkönig, 14 von 15 Punkten, oh mein Gott. Team WWE hat wieder aufgeholt. Ich vermute, wir sind jetzt in Führung, gehe ich mal davon aus. Lass doch mal reingehen. Ich habe heute die Blöcke so ein bisschen schwierig, weil es ist eine Show, die war im Fluss. Die ging groß um John Cena. Da war immer viel Verwobenes um Money in the Bank. Deswegen geht es ein bisschen schwer mit den Blöcken. Aber Block 1 war sehr einfach. Der Block 1 ist immer das, womit es anfängt. Eine lukrative letzte Leiterlektion. Das ist eine Alliteration, wer das nicht verstanden hat. Also erstmal sehen wir Earlier Today. Also im Prinzip ist das Earlier Gestern, weil wir nehmen es ja einen Tag später auf. John Cena kommt nämlich an. John Cena ist der Mann der Stunde, der feiert heute 20 Jahre Karriere. Letztens war schon Randy Orton, der hatte auch 20 Jahre Karriere. Jetzt John Cena und alle. John Cena, alle sind sie da. Wir lieben John Cena, also machen wir wirklich. Byron Sexton ist mit dabei. Dein Dominik, der ist mit dabei und so weiter. Der geht dann an allen Superstars vorbei. Art Schuss kriegt sogar eine Umarmung. Der größte John Cena ist der Fan aller Zeiten. Die arme Dutra wird ignoriert. Oh mein Gott. Also im Prinzip ist das ein Gauntlet, ein Spießrückenlauf. An allen vorbei. Überall klatschende Menschen. Yay. Denn John Cena wird heute 20. Also John Cenas Karriere. Ich habe es gesagt. Glückwunsch von meiner Seite jetzt schon mal. Nur wäre diese Festigkeit nicht ganz so viel der Flirter. Das war Becky Lynch. Die saß da auf der Kiste. Die hat gerade hier hingeschaut. Die hatte wieder ihre Brille auf. So, das war super. Hat mir gefallen. Aber interessant auch, wie Ciampa reagiert hat. Ja, der wusste nämlich nicht so richtig, weil eigentlich ist er ja hier. Hält der Cena eben die Hand hin. Da muss er natürlich schütteln. So, ja. So, und was soll's. Mist stand auch noch dabei. Hat den auch nicht interessiert. Verdammt, dass dann Cena wieder da ist. Alle da. Geil. Ja, haben sie alle gehört. Becky Lynch. Die grummelige Becky Lynch. Das ist einfach nicht die beste Becky Lynch, die wir jemals hatten. Gebt dieser Frau nie wieder irgendeinen Gürtel. Das ist so großartig. Das Gute an solchen Segmenten ist ja, das ist ja nicht, dass das bewusst in Szene gesetzt wird. Nein, das ist einfach, die sitzt einfach nur da, wenn du hinschaust. Ja, siehst du es. Ja, wenn du nicht hinschaust und auf die anderen guckst, passiert gar nichts. Du verpasst auch nichts. Aber es ist halt einfach lustig. Es ist einfach lustig. Und sie lebt halt voll diesen Charakter. Wann immer sie irgendwie mit der Kamera um sich hat, ist sie da drin und sitzt da auf der Kiste. Ich fand's großartig. Ich hab gelacht. Das sind diese kleinen Details. Also ich liebe es. Auch in Filmen, Serien, aber auch im Wrestling. Wenn sowas einfach, zack, du machst das, es macht keinen großen Aufwand, aber es zeigt einfach, dass sich dann die Leute Mühe gegeben haben. Das ist bei Raw nicht immer so. So, und jetzt bekommen wir John Cena später nochmal. Da reden wir ganz auffällig drüber. Aber jetzt erstmal im Regen. Also wir haben das Intro gehabt und jetzt sind alle im Regen. Die sind quasi alle. Andi, das war ja earlier today. Also die hatten ein bisschen mehr Zeit, ist auch egal. Alle bis auf John Cena. Die sind nämlich noch nicht im Regen. Alle anderen sind aber da. Die Mysterious auch nicht. Die bekommen sogar nur Entrance. Und Nakamura auch noch. Und Riddle bekommt auch noch Entrance. Alle anderen sind drin. So Tiba ist drin. Tiba vor allem. Und dann ist jetzt die Frage, wer gewinnt das Ding denn nicht? Denn wir haben eine Battle Royale. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin waren. Also locker 20. Vielleicht 25. Ich weiß nicht, wenn die irgendjemand durchgezählt hat. Denn wir haben noch zwei. Weißt du, wer drin war? Mein Lieber, weißt du, wer auch drin war? Ist mir aufgefallen. Sheldon Benjamin. Ein von mir ist zurückgekehrt. Sheldon Benjamin ist zurück. Wieder da? Hallo Sheldon Benjamin. Der Shanky war drin. Der Shanky vor Smackdown. Ja, der hat getanzt zwischendurch mit dem Atelier. Ja, klar, Mann. Das war gut. So, jetzt müssen wir aber die Stipulation hier. Die müssen wir jetzt mal klären. Also das ist eine Battle Royale. Zwei Plätze sind noch zu vergeben. Wir erfahren heute in der gesamten Show nicht, wer den letzten kriegt. Und eigentlich, du hast es ja vorher gesagt, eigentlich war doch angekündigt Kevin Owens gegen einen der drei Ezekiel-Brüder. Drei. Auch dazu gleich mehr. Kevin Owens offensichtlich nicht in Texas, weil er keinen Bock hat. Aber das ist ja jetzt egal, weil die wollten auch gar nicht Money in the Bank dabei sein. Das hat man so nebenbei erwähnt, nach dem Rumble, oder der Battle Royale erst. Hat man so nebenbei gesagt, ach, übrigens, das Match ist postponed. So, warum auch immer. Ezekiel haben wir ja vorher gesehen, ne? Der war ja auch vorher... Ja, der war ja auch vorher... Ne, ich weiß gar nicht, ne? Also, wahrscheinlich müssen sie es jetzt... Also, bei Smackdown wird es ja auch schwierig. Ganz ehrlich, ich habe einen ganz anderen Take, wer da noch reinrutscht. Also, KO offensichtlich nicht, mal gucken. Ne, wollen wir gleich mal... Jetzt gucken wir erst mal das Match. Also, es heißt offiziell, das sagt uns ja schon mal viel, es heißt offiziell Money in the Bank Qualifying Match Last Chance Battle Royale. Stimmt ja schon mal nicht, weil Last Chance ist es nicht. Es ist ja noch ein Platz offen, liebe WWE. Bitte gebt euch da doch mal ein bisschen mehr Mühe. Also, Jinder Mahal, der wirft dann irgendwann die beiden raus, ne? Shanky tanzt und Archibus, das mag der Jinder nicht, ja? Und dann kommt der AJ Styles und wirft den Jinder raus. Immerhin, T-Bar, und deswegen habe ich den gerade gehofft, der schmeißt den Reggie da drauf. T-Bar und Reggie, die haben so eine kleine Fede beim Main Event, die kämpfen irgendwie immer gegeneinander. Und dann, das hat ihm schon sehr gut gefallen, der Dominic Mysterio, der eliminiert sich im Grunde selber. Also, ziemlich dämlich war das. Und dann ist letztlich nur noch Riddle übrig. Und der gewinnt dann auch, weil so funktioniert eine Battle Royale. Ja, die haben ein bisschen rumgetan mit Miz und AJ, ne? Ich glaube, da hat man ein bisschen aufgebaut auch, das hat man genutzt. Ich glaube, das Match werden wir kriegen. Denn Miz verkauft zwischendurch halt eine Knieverletzung, so. Jeder, der ein bisschen Wrestling guckt, der weiß, dass das jetzt nicht eine echte Verletzung ist, weil sonst hätten sie es nicht gezeigt. Es kam auch gar nicht, äh, X-Seilen und so. Er wird ja quasi rausgenommen. So, und dann ist eben AJ und Riddle sind die Letzten im Ring, was ja legit ist. Ja, sind alles in Ordnung. Und dann, ähm, ja, wird AJ einfach vom April eliminiert, bevor er sein Vorhaben machen kann. Weil, Wunderheilung hatten wir auch schon mal bei Miz. Und er holt ihn einfach runter. Und dann ist Miz halt gegen, gegen, gegen Riddle. Der kassiert sogar noch den, den Skycrushing Finale, ne? Also, da, da hätte man durchaus, äh, Angst haben können, dass Miz jetzt noch reinrutscht. Haben sie am Ende nicht gemacht. Andererseits, äh, wirst du mich gleich fragen, ne? Was war denn mit deiner These letzte Woche? Yo, für'n Arsch. Absolut für'n Arsch. Die Nummer mit Riddle ziehen sie nicht durch. Andererseits, hab ich mir dann auch wieder gedacht, ja, mein Gott, guck dir den Pop an, der dann kommt, ja, als er das Ding gewinnt. Und dann, doch, der muss er rein. Der, der, der kannst du ja nicht rauslassen. Das ist einfach nur, das ist wieder dieser, dieser Beigeschmack, das haben wir bei Spectre schon ein bisschen diskutiert. Du machst eine Entscheidung, um dann die Woche drauf oder zwei Wochen später die Entscheidung ad absurdum zu führen und zu sagen, okay, jetzt kriegst du nochmal Chancen, am Ende ist er trotzdem drin. Das ist so ein bisschen mehr, das haben sie bei Sheamus und Drew gemacht, das machen sie jetzt bei Riddle auch. Ähm, meine Frauen machen sie es später auch nochmal. Das ist schon ein bisschen, äh, mit Geschmack. Aber Riddle gehört rein, fertig, aus, Punkt, hätte man anders gucken können, in Erinnerung. Naja, vor allem, man war stringent in den Teilnehmern. Also erstmal, alle nochmal, die nicht bedacht wurden, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, dass man die Matches vorher festgelegt hat, ihr habt eine Chance und es waren vor allem alle Verlierer mit drin. Das hat es dadurch dann erst sinnvoller gemacht, plus alle anderen. Das war in Ordnung. Also, wir haben jetzt in Money in the Bank. Riddle hat sich jetzt qualifiziert, Glückwunsch dazu. Drew McIntyre, Sheamus haben wir ja gesehen, die waren drin, dann draußen, dann wieder drin. Sami Zayn ist drin, gegen Nakamura hat der gewonnen, der war in der Battle Royale. Seth Rollins ist drin, der hat AJ Styles rausgeworfen, der war mit drin. Und Omos ist drin, der hat Riddle rausgeworfen. Plus ein, keine Ahnung, ob wir den Spektron kriegen, ob sie einen großen Überraschungsgast haben. In Money in the Bank weiß ich nicht. Dann Riddle, der kriegt später noch ein Interview. Das noch kurz. Also erstmal, Randy, Sieg war für dich, das macht er immer. Jetzt ist meine Pechsträhne vorbei. Ich wurde zwar letzte Woche nach allen Regeln begraben, aber dafür haben wir der WWE ja herausragende Writer, die uns alles das einwandfrei vergessen lassen. Und deshalb habe ich ja auch heute gewonnen und ich freue mich so. Also, das sagt er nicht, aber im Prinzip konnte er das sagen, weil die Kritik habe ich auch. Also, die Story war jetzt eigentlich, dass der Riddle letzte Woche komplett auch von Seth Rollins und von Omos komplett zerstört wurde. Das hat man vergessen. Jetzt ist er wieder, hey, unser Held. Ich rieche da einen geänderten Plan. Kann das sein? Ja, gehe ich auch von aus, da hat man irgendwas geändert. Und deswegen guckt man es jetzt. Wie gesagt, wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, ist diese Lieder da gegen Omos, war die sinnvoll oder nicht. So, wir haben gesagt, für Omos irrelevant. Okay, da ist er halt drin, wegen mir. Wegen meinen Money in the Bank hat man oft gemacht. Aber es ging ja eigentlich um Riddle. Und Riddle hat diese Story, dass er scheitert und kriegt dann diese Konfrontation mit Seth. Das spielt man heute einfach nicht weiter. Das hat man vergessen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, greift man es dann im Match wieder auf? Wahrscheinlich. Aber Omos und der Seth, die haben heute auch noch ein bisschen was miteinander zu tun. Ich glaube, das ist jetzt eher so, wir müssen jetzt irgendwie schnell was machen und dass ein bisschen Tetschen reinkommt. So kommt es mir vor. Und das Riddle-Booking macht jetzt hier an der Stelle wirklich keinen Sinn. Also dann hättest du ihn letzte Woche einfach gewinnen lassen können und Omos gewinnt die Battle Royale. Und dann hätte jeder gesagt, ja okay, passt. Für den Pop an dem Abend als Opener war das okay. Es war eine Battle Royale, die sogar mal relativ viel Zeit bekommen hat für so ein Ding. Normalerweise ist das ja in sieben Minuten abgehakt. Ich glaube, die hat knappe 20. Das ist dann irgendwie okay. Mit diesem Match oder diesem Storytelling im Match mit Miss hat man gleichzeitig noch Miss und AJ aufgebaut. Und da habe ich letzte Woche auch gesagt, Gott sei Dank, ich hoffe, die machen es nicht. Gott sei Dank machen sie es jetzt doch. Ja, weil wir natürlich alles machen, was wir nicht wollen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Es wirkt wirklich so, als hätte man hier irgendwas umplanen müssen oder umgebaut. Vielleicht wissen die auch schon, dass ein gewisser Cody früher kommt. Oder aber wir haben ja noch einen gewissen John Cena. Der muss ja auch vielleicht nochmal irgendwann in den Regen. Mal gucken. John Cena wurde heute jedenfalls nicht reingebuckt. Das wäre durchaus sinnvoll. Und dann vielleicht, wenn Siri rausgeschmissen wird aus dem Match, dass man so dann SummerSlam aufbaut. Keine Ahnung. Aber ich halte aktuell dann Riddle für den Favoriten bei Money in the Bank. Also die Story ist jetzt da. Lassen wir letzte Woche außen vor. Man cancelt diese Story, die man ja eigentlich schon ersatzweise reingebuckt hat. Plus man streicht dieses Kevin Owens Match. Also da war auf alle Fälle ein Grund, Riddle reinzubucken. Oder Seth Rollins, ja. Wäre halt natürlich der Pick, den wir sicherlich auch viele haben werden. Und wenn sie die Geschichte wiederholen, spricht er auch später an. Also das liegt schon auf der Hand. Ich glaube, es wird auf Riddle und Seth Rollins rauslaufen. Jetzt ist die Frage, macht man wirklich noch KO? Oder ist es gar, und das ist jetzt mein Tag, den ich vorhin meinte, ist es vielleicht sogar wirklich schon Cena, der da reinkommt? Haben wir, wie gesagt, noch im Segment. Da werden wir nochmal drüber reden können. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die kurzfristig Cena in das Money in der Bank-Match spucken wollten. Also kann ich mir gut vorstellen. Also für das Magdor sind auf alle Fälle alle angekündigt, die schon drin sind. Vielleicht kommt schon Cena nochmal. Vielleicht gibt es auch einfach nur ein Match zwischen irgendjemandem. Das kann natürlich auch sein, dass da einfach noch irgendwer einfach reingebaut wird. Was man natürlich machen könnte, wäre, dass man einen Qualifier in der Show selber macht. Dass man im Opener einen Qualifier macht. Und derjenige dann am Abend im Main Event noch reingeht. Oder es ist wirklich dieser Spot Brock Lesnar. Man weiß es ja nicht. Auch immer. Naja, mal gucken. So, jetzt sind wir schon, also es ist quasi Rapid Fire jetzt. Wir machen jetzt immer, wir machen Blöcke, Blöcke, Blöcke und dazwischen Rapid Fire. Das ist ganz innovativ. Lass mal anfangen. Weil das ist das Rapid Fireste überhaupt. Pass auf. Erstmal die Street Profits, die Krähenbackste vor sich hin. Das machen die ja ständig. Das tun die halt so. Dann kommt der John Cena vorbeigegangt. Und der ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt diese Struktur mache. Weil der ist eigentlich überall. Ein Hansdampf in allen Gassen ist der heute. Wie können denn jetzt die Street Profits gegen die Usos gewinnen? Fragen Sie den John Cena. Weil John Cena hat ja 20 Jahre WWE-Erfahrung. Der Rat von John Cena, never give up. Ja, ist schlau und rauch an der Stelle. Das Match ist angekündigt. Jay Usso gegen Montez Ford. Ich kann dir nicht sagen, ob wir diese Konstellation schon hatten. Und wenn ja, wie oft. Keine Ahnung. Ich kann dir aber sagen, wer diesmal gewonnen hat. Und das kann ich sagen, weil ich es aufgeschrieben habe. Es ist Montez Ford. Und der Trick ist, der darf sich jetzt eine Stipulation aussuchen. Glaube ich zumindest. Und es war das erste Mal per Pin. Das ist der Unterschied diesmal gewesen. Das ist die Story, wo, ich sag mal so. Ja, das mit der Stipulation. Boah, weiß ich jetzt nicht. Leatherman schwimmt sich, oder? Die Leiter sind ja da. Irgendwas kann man ja machen. Ja, Tables wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss es einfach Tables. Aber das Ding ist ja, die machen halt wieder, auch hier wieder genau das, was wir letzte Woche gesagt haben, mach das bitte nicht. Und die machen es. Und jetzt haben sie ja noch eine Smackdown. Ich sehe es schon kommen. Die letzte Konstellation, die spielen sie auch noch bei Smackdown. Und dann haben wir alles schon mal gesehen. Ich finde es als sehr unkreativ. Nach wie vor. Dabei bleibe ich auch. Das macht es nicht interessant. Das macht diese ganze Tech-Team-Besichte nicht interessant. Und die beiden Teams nicht interessant. Und das tut den Workern einfach Unrecht. Weil wenn ich wieder dieses Match sehe, wenn ich das ganz unvorhergenommen gucke, wenn ich das gucke wie ein Verbindendor-Match, ja, dann sage ich, oh, für ein wirklich absolut okayer Leistung. Tolles Match, kann man so machen. Mottis Ford und Jay, cool drauf gewesen. So was, Jimmy ist egal. Einer von beiden, ja, die sehen ja gleich aus. Hey, was? Ja, du bist doch Experte hier. Match in Ordnung. Ordentlich Zeit gekriegt, ordentlich rausgehauen. Tolles Ende, wie immer mit seinem Splash bis sonst wo hingesprungen. Kann ich nichts dran aussetzen, nur ich will es nicht mehr sehen. Das ist das eigentliche Problem. Und die tun weder den Usos noch den Street Profits in Gefahren. Bei den Usos kann man ja noch argumentieren, okay, die sind Heal, die sollst du ja gar nicht sehen wollen, ja. Bei den Street Profits sehe ich das anders. Und was mir aufgefallen ist, die Street Profits haben die wieder leicht Heal gewirkt. Also, Mottis Ford an der Stelle war wieder so ein bisschen cocky teilweise. Und der Dawkins steht teilweise auch draußen so, hä, so ein bisschen, was macht der denn da? So, hat mich ein bisschen gewundert. Also, ganz, ganz komisch. Die hatten auch wieder schwarze Klamotten an. Also, vielleicht ist da mehr Busch. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Das Match war okay. Ich bin auf die Stipulation gespannt. Und der Mottis Ford, der springt nicht irgendwo hin. Der springt quasi fast an die Koffer. Also, vielleicht nur drei Zentimeter, maximal vier. Dann hat er den Koffer ohne Leiter. Wie der um muss. So, jetzt sind die Mysterios. Ray und Dominik, deine Lieblingsflöster. Die treffen auf die aktuelle Konstellation von Judgment Day. The Judgment Day. Das sind Finn Balor und Damien Priest aktuell, wer da nicht aufgepasst hat. Nach Randy Orton und John Cena wäre jetzt eigentlich Ray Mysterio als nächster in der Reihe. Der feiert demnächst als nächstes 20 Jahre rum. Und jetzt triezt der Finn Balor den so. Der Ray, der ist ja total beliebt. Also, den mögen ja quasi alle. Der hat Erfolge ohne Ende. Aber Dominik, warum kriegst du davon eigentlich nichts ab? Kann das sein, dass das einfach ein schlechter Vater ist? Eieieiei. Dominik, pass auf, wir übernehmen ja hier gerade so ziemlich alles. Wenn du Bock hast, dann mach mit. Ne, hat er keinen Bock. Aber nächste Woche gibt es ein Tag-Team-Match zwischen den vier Jungs und älteren Herren. Ja, das Match gab es wohl neulich mal beim Main-Event, habe ich gehört. Ich habe es nicht gesehen, aber hat man wohl mal probiert, ob das funktioniert. Naja, ist ja in Ordnung. Also, wir haben ja gesagt, dann bringen die beiden halt wenigstens, also die Jungs von Judgment Day, wenigstens das Tag-Team. Dann hat man zumindest noch eine valide Erklärung, was die jetzt vorhaben. Das fangen sie jetzt offensichtlich an und jetzt spielen sie halt weiter mit diesem Ding, dass man theoretisch Dominik bekehren könnte. Und Dominik einen Heel-Turn macht. Vielleicht wird es auch genau andersrum. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oh, das passiert einfach nichts. Das ist die wahrscheinlichste Variante. Zumindest machen sie jetzt einen kleinen Aufbau für dieses Match. Das gibt es nächste Woche. Das ist okay. Und man hat diesen Samen gestreut. Theoretisch könnte Dominik ja... Weil die waren ja ganz nett, die Jungs von Judgment Day. Ja, willst du mal erfolgreich sein? Kommt zu uns. Die haben zwar keine Argumente dafür, aber ist in Ordnung. Romo war auch nicht übertrieben heelisch, fand ich. Das fand ich interessant. Es war nicht so... Aha, wir sind Judgment Day. Ihr könnt alle nichts. Ne, das war einfach... Was die da sagen, ist ja durchaus legit. Ja, das war okay. Und ganz ruhiger Ton. Und fand ich interessant. Also die Darstellung so. Und das ist vielleicht dann dieses Badass-Team. Oder könnte es werden, was du meintest. Die einfach sagen, okay, wir wissen, wer wir sind. Wir machen kein Hui-Bui mehr. Wir brauchen keinen Rollstuhl. Wir brauchen keinen Rauch. Es ist alles wurscht. Wir machen einfach unser Ding und wollen erfolgreich sein. Dann nehme ich das auch. Wie gesagt, Richtung Tech-Team-Devolution. Das doch erleben kann, dass du mir da zustimmst. Ja, genau so. Aber das Stable ist halt durch. Die Nummer ist, glaube ich, aktuell nicht mehr relevant. Aber wenn sie es jetzt wenigstens darüber machen, okay, warum machen sie das Match? Das könnte man vielleicht noch erwähnen. Diese nächste Woche in San Diego. Das ist ja quasi auch wieder ein Hype-Spiel für Ray und Dominic. Auch eine mexikanische Grenze. Dementsprechend, da wird die Stimmung entsprechend sein. Macht Sinn, so ein Match dann drauf zu bringen. Ist okay. Ob es da vielleicht auch ein Nuevo San Diego gibt, das weiß ich gar nicht. Interessant ist dann natürlich dieser Punkt, wenn jetzt wirklich einer von beiden hört. Vielleicht ist es ja nicht Dominic. Vielleicht ist es ja Ray. Das wäre schon wieder lustig. Macht halt keinen Sinn. Aber für Dominic, ganz ehrlich, für Dominic könnte das eine interessante Story sein. Dann hätten wir endlich diesen Split mit Ray. Die Frage ist nur, macht das jetzt interessanter mit Dominic? Erstmal ja, für meinen Geschmack. Weil das, was er jetzt macht, würde ich ehrlich gesagt nicht sehen. Aber Matchtechnisch wird er ja nicht besser dadurch. Wenn er da gegen Papi geht, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Aber man könnte das natürlich machen mit den Reaktionen in San Diego. Könnte das ein cooler Moment sein. Wir haben ja noch Chronistenpflicht, fällt mir gerade ein. Letzte Woche wussten wir es ja nicht. Jetzt wissen wir, dass Ray Ripley ausfällt. Deswegen, das war ja nicht gebuckt, sondern sie hat sie wirklich verletzt. Und zwar schon zwei Wochen vorher hat sie sich selber das Knie blöd ins Gesicht gehauen und die Zähne irgendwie krumm. Naja, die Zahngeschichte hatte ich ja erwähnt. Was da noch nicht bekannt war, war die Gehirnerschütterung, die Kopfverletzung. So haben sie es gesagt. Verletzung am Gehirn, ja, das ist eine Gehirnerschütterung. Kann ja alles sein. Gehirnerschütterung. Jedenfalls fällt sie aus. Ist ja auch richtig an der Stelle. Wenn sie verletzt ist, ist sie verletzt. Dann hat sie nichts zu wrestlen und dann ist es okay. Für ein paar Promos hätte man sie trotzdem einbauen können. Aber du brauchst sie halt jetzt gerade im Kontext nicht. Deswegen, okay. Und dann wurde die Forbidden-Door geöffnet. Das ist also sowas von Forbidden war diese Door noch nie. Also das ist ja, ei, ei, ei. Es gibt jetzt Glückwunscheinspiele an John Cena. 20 Jahre Karriere. Ich habe es gesagt. Kommt schon Michaels. Dann kommt Big Show. Da dachte ich schon, Moment. Heißt der nicht Paul Wyatt? Wo kommt der Big Show her? Da sagt das Publikum auch so. Man hört so ein kleines Raunen auf alle Fälle. Booker T kommt dann. Daniel Bryan. Ein Spieler. Daniel Bryan. Als Daniel Bryan. Hat mich gefreut. Da hat die Crowd gesagt. Eie. Eie. Was passiert jetzt? Chris Stratus, Triple H kennt man. Später in der Show gibt es eine zweite Runde. Kurt Angle, Randy Orton, JBL. Alles alte Gefährten. Chris Jericho ist da. Hat auch geredet. Meine Fresse. Stephanie McMahon. Mehr noch. Die wollte ich nicht so gerne sehen. Und Steve Austin. Von Bindor, Herr Flöter. Jetzt ist es aber. Interessant, ja. Interessanter Punkt. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht sind es irgendwie alte Einspieler, die man reinschneidet. Aber das war ja definitiv der aktuelle Jericho. Das war definitiv der aktuelle Brian. Das war definitiv der aktuelle Big Show. Oder halt Paul White. War schon überraschend. Ich meine, das muss ja AW freigeben. Das heißt, WWE muss ja offiziell angefragt haben. Man hat das mit Toni Kahn tatsächlich abgesprochen. Und auch so vorgelegt dürfen wir genau diese Clips zeigen. Und Toni Kahn hat gesagt, ja klar, mach mal. Finde ich geil. Vor allem ist das interessant aus WWE-Sicht. Denn WWE macht das normalerweise nie. WWE erwähnt normalerweise nie andere Namen, die nicht unter Vertrag stehen. Lenniversary, da hat man auch. Also jetzt ist von Bindor überall. Da war AJ bei Impact in der Einspieler zu sehen. Genau dasselbe Ding. Vielleicht hat man einfach verstanden, okay, wenn wir Wrestling allgemein ein bisschen breiter aufstellen, profitieren alle von. Mal ganz ehrlich, wahrscheinlich werden sie gutes Geld dafür gezahlt haben. Oder aber, jetzt wilde These, schreibt gerne rein, was ihr davon haltet. Toni Kahn hat inzwischen ein Angebot gepitcht bei Vince McMahon und wilde Bubz kaufen. Oh, oh, oh. Da bin ich echt mal gespannt. Aber ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Und natürlich unter den Wrestlern, die haben da nicht den B-Fill, wie ihr uns das vorstellt oder so. Die freuen sich tatsächlich für John Cena. Durchaus sehr beliebter Mann. Schwer, da gibt es auch noch Karrierefotos. Da war echt viel los in der Karriere von John Cena, muss man sagen. Viele Angels das auch, hat man gesehen. Dann kommt nochmal ein Videopaket und noch eins. Das kann ja die WWE. Also ich hatte wirklich Bock auf John Cena an der Stelle. Ich möchte auch mal ein bisschen teasen, gerne. Auf YouTube gibt es ein wunderbares Video. Da kommentiert nämlich John Cena sein eigenes erstes Match damals gegen Kurt Angle. Bei SmackDown war das. Guckt euch das an. Ich habe gedacht, ja, der erzählt das wieder. Ja, hier, toll war das. Und ich war aufgeregt. Und Kurt Angle, nee. Nee, John Cena kritisiert dieses Match. Und er sagt ganz genau, wie blöd das war. Und zwar war sein Grund, er hat das Match zu schnell durchgewirkt. Er hat einfach bam, bam, bam und keine Luft zum Atmen gegeben. Die Crowd hatte keine Chance, auf ihn zu reagieren, weil er keine Pausen gesetzt hat. Und Herr Flöter, das ist doch exakt die Kritik, die wir beide auch an dem Event gestern hatten. Oder generell an dem AEW-Booking. Ja, zumindest große Teile der Show. Ich habe dann zum Beispiel Cesaro gesehen, der vor Wrestling gearbeitet hat. So, und da hast du dann auch den Unterschied gesehen, ja, wie Wrestling auch funktioniert. Übrigens auch Orange Cassidy hat das gemacht. Die haben hinten raus dann wieder rausgefeuert, ja, aber die haben auch Phasen drin gehabt, wo man einfach mal Moves wirken lässt. Ich glaube, grundsätzlich ist es immer ein Problem bei diesen Multiman-Matches, die die WWE ja inzwischen auch sehr gern macht, ja. Dass sie dann immer meinen, die müssen rausfeuern, rausfeuern, rausfeuern. Da wird halt genostelt wie nochmal was. Und dann siehst du ein Match wie eben jetzt Cesaro oder Claudio, je nachdem. Und du siehst auf einmal, okay, das ist Wrestling. Das ist das Wrestling, was ich mag. So möchte ich es erzählt haben. Nicht nur, dann wäre es auch wieder langweilig. Da gebe ich jedem recht. Aber das hat mir deutlich besser gefallen. Und da hat Cena absolut recht, ja, wenn man das Match anschaut. Ich habe das neulich auch mal wieder gesehen gehabt, das Match. Natürlich, er war sehr jung, er war sehr grün und unerfahren. So, er hat ein bisschen bei OVW vorher gerasselt. Das hatten die alle das Problem am Anfang. Und nach 20 Jahren kann man dann auch mal sagen, okay, das war vielleicht nicht ganz so clever. Ja, aber es ist erstaunlich, dass er das dann kritisiert. Also das war John Cena, der ist dann auch ehrlich. Ja, ich hatte auch das Beispiel, das Will Osprey-Match. Das fand ich auch toll, hat auch Spaß gemacht. Aber hinten raus, bam, 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 nochmal. Kicker, 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 noch bam, bam. Claudio geht dann natürlich mit, aber das kannst du nicht immer machen. So ein Match muss auch atmen können. Man muss auch mal auf dem Boden liegen, Zeit geben. Du bist das Awesome-Chance, kommen dann oft nach großen Spots, die Mimik auch mal spielen lassen. Und das sehe ich dann auch gerne, auch in der WWE. So, was ich dann jetzt nicht so gerne gesehen habe, denn jetzt kommt nämlich nicht der Mann der Stunde. Direkt danach. Jetzt dachte ich, ja komm, dann hol ihn doch jetzt raus. Nee, Kevin Patrick steht im Ring und begrüßt den Mann der Stunde und das ist The Miss. Heels hieß du Heel, Heel, genau so. Ich meine ganz ehrlich, das war das erste Mal so lange Zeit, dass ich es wirklich lustig fand, dass Miss jetzt kam. Weil jeder hat gedacht, okay, nach dem Clip kommt jetzt Cena. Nee, eben nicht, jetzt kommt The Miss. Komm, hör auf. Ja, es ist nicht mal Miss-TV, es ist ein Kevin Patrick-TV-Interview. Logan Paul, der trainiert jetzt wieder. Zeigt mal uns einen Spieler von Instagram, Twitter, sucht euch aus. Das Tag-Team ist zurück, sagt uns The Miss. Aber The Miss ist natürlich ein Geek hier. Der an, natürlich nicht, dass der Logan Paul gerne gegen den Miss und nicht mit dem Miss. Aber das wird nochmal kommen. Und es ist offensichtlich bestätigt, dass Logan Paul beim Summerslam zugegen sein wird und noch ein Match haben wird. Vermutlich gegen The Miss, aber das weiß er bis jetzt noch nicht. Und dieser Skullcrushing-Finale bei WrestleMania, darauf wird er angesprochen, das war eine Lehrstunde für Logan Paul. Und deswegen ist sich Miss sicher, dass er ein Star ist, dass er damit Logan Paul zu einem Star gemacht hat. AJ Styles ist übrigens böse. Und dann wird umgeschwenkt, AJ Styles, wir erinnern uns, Miss hat kleine Eier. Das war der Running Gag der letzten zwei Wochen. Und dann kommt praktischerweise auch AJ Styles rein und haut den armen Miss. Das führt dann natürlich zu einem Match, The Miss gegen AJ Styles. Wie Corey Graves an der Stelle sagt, this was not necessary. Das war nicht nötig. Brauchte ich nicht. Andererseits die direkte Rache für das Match eine Stunde vorher, das sieht man auch nicht. Also oft, dass es ein Battle Royale gibt, da wird eine Story aufgebaut und noch in der gleichen Nacht gibt es noch ein Match. Verletzung war ja nur vorgetäuscht. Das Match kann was, so ist ja nicht. Das war in Ordnung. Die Cloud ist auch invested. Also die sind laut von Anfang bis Ende, wie man so sagt. Phenomenal vorarm, schweres Wort, der soll kommen am Ende. Und dann klaut der Miss auf einmal den Finisher von Sami Zayn, rollt sich raus und lässt sich auszählen. Also nicht einrollen, sondern auszählen. Ja. Ja. Ist für mich ein Indiz, dass wir das Match in irgendeiner Konstellation sehen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie eine Tag-Team-Stipulation baut. Dass AJ mit Long Paul gegen Miss und Jumper vielleicht geht. Dann hättest du den Schulterschluss mit Jumper und AJ. Ja, interessant wird es halt. Es sind ja noch ein paar Wochen bis SummerSlam. Also wie sie das jetzt aufbauen wollen, das ist offensichtlich nichts für Money in the Bank. Man fängt hier schon wieder an, schon vorab zu arbeiten, was ich ganz gut finde, wie gesagt. Und Long Paul, wir haben bei WrestleMania gesagt, oh, das war eine gute Performance. Der hat einen coolen Look gehabt, der sah gut aus im Ring. Ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt einfach macht mit AJ nochmal zusammen. Da hast du jemanden an der Seite wieder, der einfach mitgehen kann. Und Long Paul kriegt die coolen Spots. Und dann hast du Jumper einen, der wrestlen kann. Und du hast sogar eine Story dahinter, hinter diesen Konstellationen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht nur ein Technik-Match geht. Long Paul, da habe ich Bock drauf. Gucke ich mir gerne nochmal an. Singles-Match gegen Miss wäre natürlich auch eine Option. Klar, Frage ist immer so ein bisschen, wie gut ist er dann wirklich? Weil wenn wir das Match anschauen von WrestleMania, da hat natürlich auch Miss die Arbeit gemacht. Und er kam rein, hat seine paar Spots gemacht, ging wieder raus. Das hat funktioniert und ich glaube, da sollte man vielleicht auch dran festhalten. Aber ansonsten habe ich Bock auf Long Paul. Übrigens, das Match selber, du hast gerade gesagt, nicht unbedingt notwendig, aber es hat einen Aufbau. Das ist nicht, also das ist, wie oft haben wir das nicht? Sonst ist es einfach random, ja. Hier hat man sogar zweimal aufgebaut. Man hat nämlich quasi durch das Segment, ne, was nochmal, nochmal verdeutlicht. Und man hat es in der Battle Royale am Anfang. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte ist, und das tue ich nicht gerne, aber das muss ich an der Stelle machen, es ging mir einen Tag nicht zu lang, ja. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Das Match ist eigentlich fast von dem Namen her fast zu gut, um einfach mal rauszuhauen. Das, aber wie gesagt, wenn es zum greater good ist, nämlich für ein SummerSlam-Flight-Technik-Match, go for it, ja. Das Ende deutet jedenfalls sehr darauf hin, dass wir da weiter irgendwie was sehen werden. Sagen wir es so. Und Corey Graves weiß exakt, wie groß die Eier von The Miz sind. Da wird dann auch dann Byron Sexton ein bisschen ein Moment vorher, denn ja, die haben mal Lockerung geteilt und so. Also das wird noch, das wird noch zum Reden sein, ja. So, jetzt kommt der größte Moment von SmackDown. Das hat mir richtig gefallen. Also erstmal John Cena geht weiter. Der, der, der gankt sich heute so durch. Einmal ganz Backstage. Der ist jetzt bei Ezekiel angekommen und pusht den nochmal so ein bisschen. Und hier erfahren wir dann auch, dass dieses Match halt heute nicht stattfindet. Der Elias, der ist jetzt nicht da, der ist wohl gerade dabei, dem Elrod alles zu zeigen. Das heißt, Elrod ist jetzt tatsächlich jemand. Ja, das ist der dritte Sprössling der Elias-Familie. Tipp von John Cena gibt es auch. Vergiss nie, wer du wirklich bist. Das war witzig. Mein Tipp, vergiss nie, wenn du einen Money in the Bank Qualifier hast. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, die hatten es vorher im Kommentar schon gesagt, dass das Match postponend ist. Frage ist halt, wo wollen sie es hin postponen, weil es ist die nächste Raw. Money in the Bank Qualifier für nächstes Jahr vielleicht. Kann ja, kann ja sein. Naja, ich meine, ich weiß, das war, glaube ich, war ja nicht als Qualifier angekündigt. Wir haben das vermutet, weil Ezekiel ja sagte, hier, ich will Money in the Bank machen. Das hat man halt vergessen. Und KO, haben wir immer vermutet, geht mit rein. Und deswegen sind wir davon ausgegangen, das muss ja jetzt passieren. Offensichtlich hat man es nicht vor. Deutet wieder darauf hin, das, was du vorhin angesprochen hast, dass man ein bisschen was umgeplant hat. Und wie gesagt, Cena, aber der Spruch, sei einfach du selbst, großartig. Ja, und der steht einfach da und so, ja, großartig, da habe ich schon ein bisschen lachen müssen. Geile Interaktion. Generell, immer wenn Cena heute beteiligt war, war einfach Entertainment. War lustig. Ja, John Cena ist nicht zu Unrecht 20 Jahre dabei. Denn dann kommt Theory vorbei. Und das war dann wirklich groß. Also das war direkt danach. Also der Ezekiel ist jetzt weg. Und dann Theory. Und das wird ja aufgebaut seit Monaten. Wirklich John Cena gegen John Cena 2, möchte ich fast sagen. Wobei eigentlich hat er noch viel mehr Eigenes. Das wäre eigentlich unfair, John Cena 2 zu sagen. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Aber auch große Worte. Also Theory ist der, der hier spricht. Wo bist du eigentlich, John Cena? Ich kann dich nicht sehen, weil ich bin ja jeden Tag hier. Du gibst halt nur noch auf. Jedes Mal. Du kommst und dann gehst du wieder. Wie viele Gürtel hattest du eigentlich, als du so alt warst wie ich? Weil er ist ja der jüngste US-Champion aller Zeiten. Das war gut. Will am Ende ein Selfie machen und John Cena ist dann weg. Der Nose hat ihn komplett. Und das war nicht lang, aber das war richtig gut von Theory gemacht. Also es waren wirklich die John Cena-Wives von früher. Ruthless Aggression. Ja, und die Crowd, das war interessant, als John Cena sich umgedreht hat von Ezekiel und auf einmal zieht das Theory, hast du die Crowd wieder, uh. Ja, hast du einmal so in so einen Rauen gehört und das war dann in dem Fall echt. Das ist nicht dieses gekünstelte, wir müssen jetzt schreien. Nee, dann haben die, boah, geil, geiler Moment. Das war echt cool. Ja, ist nicht ohne Grund auch unser Sampleil geworden, weil das war auch, das war ein Moment, der war cool. Einfach nur wie er sich umdreht und auf einmal das Gesicht von Theory davor hat. Und Theory ist, wie gesagt, derjenige, der hier die Arbeit macht. Der macht hier die Ansage gerade gegen John Cena. Und das ist, das hat Parallelen. Ja, wenn man jetzt an Kurt Angle zurückdenkt, erstes Match. Ja, wer ist reingekommen und hat Ansagen gemacht? Es war der Junge. Es war der Junge John Cena. Damals noch Amy Ruthless Aggression. Und ganz ehrlich, da sehe ich Theory gerade auch. Und es gibt ja dieses Video, das hast du ja zusammen gemacht mit Tobi, glaube ich, ne? Ja, das Cena und Theory Vergleichsvideo, so nenne ich es mal, gibt es auf dem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da habt ihr ja schon ein bisschen in die Richtung gehintet, dass das passieren könnte. Da wussten wir noch nicht, dass was die Planung ist, scheint wahr zu werden. Offensichtlich nicht für Money in the Bank. Und das war ja auch so eine These, die wir letzte Woche schon geäußert haben. Das wäre ein geiles SummerSlam Match. Interessant wird jetzt natürlich dann die Geschichte mit Lashley. Ja, ich glaube, das hakt man jetzt bei Money in the Bank ab. Und dann, je nachdem, was da passiert, gibt es halt Theory und Cena. Und es könnte, wie gesagt, ja auch ohne Titel stattfinden. Muss man echt mal schauen, was man da macht. Also finde ich auf jeden Fall geil. Das ist eine Story, die ist langsam, aber stetig wird die aufgebaut. Weil Theory erwähnt, paar Mal interviewt schon Cena im Namen. Jetzt stehen sie das erste Mal gegenüber und du hast genau diesen Moment, dieses Wow. Das war geil. Das macht WWE nicht so oft. Und dementsprechend funktioniert es dann auch bei mir an der Stelle. Ja, die geben sich definitiv um. Wir wollen Theory und die haben es geschafft, den US-Title jetzt wieder auf die Bühne zu bringen. Bei SmackDown jetzt mit Gunther, der AC-Title, ist jetzt auch ein Kommen. Vielleicht kann das ja doch mal ein ganz guter Sommer werden. Wir verlinken das Video mit John Cena. Hört euch das an, das war nicht lang. Aber da haben wir überlegt, ob der wirklich der neue John Cena wird. Wir müssen nicht vergessen mit dem verlinken. Mal gucken. Ah, jetzt ist Bianca Belair da. Auch mit Kevin Patrick. Der ist heute unser Interviewer überall. Immer noch nicht John Cena da. Nein. Von Carmella wurde sie ja attackiert, die Bianca Belair letzte Woche. Das war fies, aber war ihr ja klar. Denn Carmella ist blöd, sagt sie uns. Also, an sich hat ja die Carmella Potenzial. Aber die macht nichts draus. Und deshalb gewinne ich. Das war wieder eine Bianca Belair-Promo aus dem Buch. Carmella kommt dann auch raus, weil natürlich kommt sie raus. Man respektiert mich, weil ich hübsch bin. Ich gewinne, weil Mella Geller ist. Also Mella ist Money. Das ist ihr Dingens. Und dann will sie dann noch, doch noch hinterrücks attackieren. Zweites Mal, aber Bianca Belair hat geleert. Klappt diesmal nicht. Das ist der Aufbau für ein Match. Nun ja, ich werfe der WWE das nicht vor. Gegen Ripley wäre cool geworden. Gegen Carmella Witt nicht cool. Ja, klassische Übergangsmatch. Die Promo war kurz. Das war angekündigt als Face-to-Face. Man lässt sie nochmal aufeinandertreffen. Typischer Card-Rundown in der Go-Home-Show. Wegen mir. Inhaltlich nichts drin. Das ist genau das, was man immer kriegt. Im Endeffekt an dieser Stelle gerade von Bianca. Carmella hat halt auch nichts zu sagen. Was soll sie sagen? Also, die hatte nichts vorzuweisen. Dementsprechend kann sie ja nur über die Ich-bin-hübsche-Nummern kommen. Interessant fand ich, dass sie inzwischen... Als zweimal mal in der Bank gewonnen, hat sie gesagt. Tekken-Champion und einmal... Ja, aber sie hat ja keine Relevanz jetzt gehabt, dass sie da jetzt in die Story reingen muss. Das meine ich damit. Aber, mein Gott, es ist, wie es ist. Man muss halt umplanen. Passiert anderen Promotions angeblich auch. Von daher, ich finde es gut, dass zumindest Bianca auf der Card steht. Das Match mit Carmella. Mal gucken, was sie rausholen. Also, ich traue denen schon zu, dass sie ein ordentliches Match wirken können. Es hat halt keine Bewandtnis in dem Sinn, weil keiner davon ausgeht, dass Carmella den Titel gewinnt. So, das ist halt immer ein Problem. Das ist dasselbe bei Natalia und Ronda Rousey, in meiner Meinung. Jetzt haben wir ein Ding. Es ist immer noch Rapid Fire, so ein Zwischen-Rapid Fire. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Ansonsten, ich muss zugeben, Raw hat mir wieder gefallen. Schlagt nicht dafür. Aber das jetzt, weil es hat wenig Sinn ergeben. Also Liv Morgan und Alexa Bliss. Die sind jetzt Gorilla-Position am Interview machen. Die Alexa, die mag die Liv, aber sonst keinen. Weil die sind ja so ein vertragtes Tech-Team, haben wir ja gelernt. Haben wir nicht so viele in der WWE bei den Frauen. Deswegen ist das nennenswert. Aber bei Money in the Bank gewinnt sie. Habe ich jetzt aufgeschrieben. Also die eine hat das wahrscheinlich gesagt zu der anderen. Oder andersrum. Liv Morgan sagt dann, ich bin irgendwann mal Champ. Und Samstags sind wir keine Freundin. Meine Zeit ist jetzt. Also hat vermutlich Alexa Bliss das vorher gesagt. Liv Morgan gegen Alexa Bliss ist jetzt aber das Match. Habe ich nicht ganz verstanden, warum. Aber das ist irgendwas mit Koexistenz. Momentum wird gesagt. Momentum kreieren. Asuka ist auch da. Die pultet auf Japanisch. Und scoutet. Und ist auch sehr interessiert an dieser Auseinandersetzung. Ich bin es nicht so. Liv Morgan, die gewinnt aber sowas von. Und dafür auch Glückwunsch. Also hast du gut gemacht, Liv. Und bei Raw Talk, das habe ich sogar geguckt. Da sagt Liv Morgan dann sogar noch, dass man sie töten muss. Wirklich töten, um sie vom Leiterklettern abzuhalten. Das behalten wir mal im Hinterkopf für Samstag. Es ist Money in the Bank. Und der Plan von Asuka für Samstag dürfte sein, niemand ist bereit für Asuka und japanisch. Und das kann ich nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, was sie gesagt hat. Ja, dafür haben wir ja Corey gehabt. Der hat uns das ja gemacht. Der hat ja übersetzt die ganze Zeit. Fließend kann der japanisch gar kein Thema. War aber super. War lustig. Hat mich auch ein bisschen vom Match abgedacht. Match ging gar nicht so lang. Ging dreieinhalb Minuten. Was ich halt... Also erstmal, warum setzt du das an? Na? Bullshit. So, Momentum. Komm, hör auf. Für mich ist jetzt klar, Liv. Morgen wird bei Money in the Bank nix reißen. Ja? Gar nix. Alexa Bliss. Dann stirbt sie aber. Sie hat es doch versprochen. Meinst du die gesinne Hinrichtung? Nee. Lilly greift ein und haut sie von der Leiter und zaubert sie runter. Und dann hat sie Beine oder sowas. Irgendwie so ein Ding wird das. Naja. Ich muss halt sagen, man hat halt Alexa das Momentum genommen. Nicht nur mit dieser Geschichte jetzt, sondern generell die letzten Wochen schon. Die ist ja reingekommen. Die ist zurückgekommen. War dann zwischendurch mal wieder weg. Dann hat sie aber... Die hat alle Matches gewonnen. So. Und das ist das Einzige, was ich denen gebe. Die hatten eine Story. Denn es war wieder dieser DDT am Ende. Mit denen hat Alexa zuletzt immer gewonnen. Auch wenn es sich schlecht aussah. DDT, fertig, aus. Dieser DDT wird halt eingerollt. Das ist die Einzige Story. Nur warum stelle ich denn zwei Contender von Money in the Bank gegeneinander, gebe den dreieinhalb Minuten und lasse die Beliebtere oder die, die vielleicht eher irgendwie Ansprüche anmelden sollte Richtung Titel, warum lasse ich die verlieren? Live morgen. Ganz ehrlich, damit kriegst du sie nicht over. Das wirkt doch eher als... Es wirkt doch eher heelisch. Vielleicht ist das das Ziel. Weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen strange. Alexa sagt halt, sie hat keine Freunde davor. Hat aber Lilly in der Hand. Also ich hoffe nicht, dass sie es machen. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Naja, ohne zu viel wegzunehmen. Wir haben, warte mal, drei. Ja, wir haben nur Faces. Wir haben sechs. Ne, fünf Faces in dem Match. In dem Money in the Bank Match. Also muss man da irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht verstanden. Mich darfst du sowas sowieso nicht fragen, weil... Ich will aber auch nicht sehen, dass Liv morgen stirbt, ehrlich gesagt. Das wäre vielleicht für die Stimmung in der Halle auch nicht ganz so gut, aber... Naja. Naja. So, jetzt kommt ein echter Blog. Jetzt kommt ein Blog. Etwas, was den Namen Blog verdient. Rapper, du. Lass über John Cena reden. Dann kommt nämlich erstmal was Gutes und dann was Schlechtes. Erstmal John Cena, wie er jede Menge Make-A-Wish-Leute glücklich macht. Das kann der Mann. Und dann Vince McMahon. Hm. Aber gut, es passt. Also fairerweise, es passt in die Storyline mit Siri und John Cena, dass dann auch Vince McMahon irgendwie mit dabei ist. Wobei, da macht der auch gar nichts groß zu. Und es ist wieder einer seiner Auftritte. Das weiß ich nicht. Darfst du gleich sagen. Weil... Auf alle Fälle ist an der Stelle jetzt, spätestens jetzt offiziell, dass das Ende der zweiten Stunde bei Raw der wichtigste Moment bei Raw ist. Also die machen es wirklich so. Da ist zack, da kommt Vince McMahon, da kommt John Cena. Und die letzte Stunde ist noch ein bisschen Wrestling und Frauen-Main-Event oder sowas, was dann keiner mehr gucken möchte. Alle stehen sie wieder spalier. Aber vielleicht erst mal Vince McMahon. Ja. Na, ich sehe da schon eine gewisse Methode dahinter. Vince McMahon, wie gesagt, ich habe letzte Woche gesagt, ist der Mann der guten Nachrichten im Programm gerade. So wird er gerade inszeniert. Er ist derjenige, der uns John Cena gegeben hat. Er ist derjenige, der John Cena zurückbringt. Er ist derjenige, der... Hm. So. Ich glaube, das ist das, was unterbewusst mitspringt. Und er ist einfach da. Mehr wollen die nicht sagen. Er ist da. Er ist der starke Mann nach wie vor. Ähm, ich habe aber... Ich bin jetzt peinlich eigentlich. Ja, ja, pass auf. Ich habe aber in dem, was Cena dann sagt, schon durchaus Anleihen gehört aus dem, was Vince bei SmackDown gesagt hat. Nämlich dieses Wii, dieses Together-Ding. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wirklich die Idee dahinter ist, dass man jetzt als Einheit auftreten will. Und deswegen kam Vince nochmal vorher raus, um das so indirekt ein bisschen zu unterstreichen, ohne dass John Cena jetzt wirklich direkt darauf eingeht. Aber der hat schon so ein paar Nebensätze gehabt, wo man dachte, ah ja, das kommt jetzt nicht ohne Grund. Und, ähm, ich glaube, das war der Grund, warum McMahon hier einfach da war. Naja, naja, wahrscheinlich. Aber das ist irgendwie... Also den ersten fand ich noch irgendwie ganz witzig, den bei SmackDown, den ersten Auftritt, den bei Raw, hätte ich schon nicht mehr gebraucht. Und jetzt, das zweite Mal Raw. Mal schauen, was dabei rumkommt, sagen wir mal so. Also alle stehen in der Spalier, auf alle Fälle schon mal für John Cena. Die stehen wieder alle bereit. Und dann sagt uns Vince McMahon, es ist mir eine Ehre, John Cena zu präsentieren. Und dann kommt ihr auch in die Halle und die Leute mögen es. Das muss man so sagen. Ich höre keinen Bu-Ruf, im Gegensatz zu Vince McMahon. Ja, aber es war wunderbar. Jetzt, du enttäuschst mich, wir sind ja heute Videoregübers. Wir sind heute Man in Black so ein bisschen, wir beide. Ich hätte jetzt gedacht, du hast heute dein John Cena, das sieht ein T-Shirt an. Denn was viele gar nicht wissen, du hast dir in Leistung bei WWE Live für 40, in Zahlen 4-0, Ocken, hast du dir ein John Cena-T-Shirt, das war grün, John Cena-T-Shirt gekauft. Jetzt hat er ein neues. Jetzt ist aber das neue T-Shirt leider schwarz. Also offiziell, ab heute, hast du ein nicht mehr aktuelles John Cena-T-Shirt für 40, ist so. Ist so, war auch zu erwarten. Aber was wir ja nicht wussten, ist, dass John Cena wirklich kommt. Ne, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab kurz geguckt, wo das ist. Es ist wieder mal in der Wäsche, dementsprechend. Ich hatte das neulich mal an bei irgendeinem Stream. Das ist der Fehler. Aber ich habe mir überlegt, ich hebe mir das auf. Und wenn's Summerslam ist, ist mir egal. Wenn der im Ring steht, dann hab ich das an, mein Lieber. So ein Ding ist das. Was sagt uns denn John Cena? Also heute ist sein WWE-Geburtstag. Jede Menge Schilder, das ist mir aufgefallen. Das waren sehr viele junge Menschen, Kinder, die haben Schilder für John Cena gemalt. Das ist noch die wunderbare Tradition des Schilderhochrallens. Das stirbt so ein bisschen aus, auch in der WWE. Da waren heute viele Schilder unterwegs. Fand ich gut. Andererseits, wer schon einmal hinter dem Schild gestanden hat, der weiß, dass die Schilder vielleicht auch nicht so gut sind. Und dann kommt jede Menge rumgeschmalzt mit dem Publikum. Das kann John Cena wie kein Zweiter. Also im Prinzip mit uns, mit dir, mit mir. Danke, das wäre ein guter Moment, um mal Danke zu sagen. Bitte, John Cena, möchte ich an dieser Stelle sagen. Gern geschehen. Denn er bedankt sich bei seinem Publikum natürlich. Charisma hat er, der Mann. Das muss man sagen. Vielleicht wird aus dem mal irgendwann mal was. Ihr habt mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei John Cena noch geht. Naja, komm. Cena, du kennst mich doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht. Der Flöte hat dich definitiv nicht zu einem besseren Mann gemacht. Wirklich nicht. Ich vielleicht. Das weiß ich nicht. Er hat keine Ahnung, ob er noch mal im Ring stehen wird. Also es wird nichts angekündigt, kein Match. Nichts. Er ist jetzt 45. Und dann geht er auch schon wieder. Also es ist wirklich eine Dankes-Promo. Es ist keine Storyline mehr mit da drin. Das hatten wir zwischendurch in diesen einen Dingern. Und am Ende verteilt er noch sämtliche Gier, die er hat. Also ich glaube, er hat viermal diese Ellbogen-Schoner-Dinger. Und dann hat er nochmal sein T-Shirt und dann hat er nochmal seine Mütze. Die Jorts, die hat er angehalten, zum Glück. Das wäre witzig gewesen, wenn er die auch noch ausgezogen hätte. Interessant fand ich den Punkt. Er hatte mal zwischendrin in dieser Promo. Es ist jetzt Zeit, irgendwie was zu sagen. Der Punkt ist jetzt gekommen. Und alle denken so, na natürlich gleich. Jetzt sagt er, okay, das war's. Das macht er nicht. Es gibt dann Ansätze von One More Match Chance. Und die unterbricht er sofort und sagt, es wird nicht nur eins sein. Macht euch mal keine Sorgen. Das fand ich sehr interessant. Er weiß nicht wann. Aber das war eine Line, die war, glaube ich, wichtig für die Stimmung. Das haben sie gut gelöst, fand ich an der Stelle. Und das, was er da sagt. Nämlich, naja, WWE hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Auch WWE hat mir das ermöglicht. Dieses Wii wieder. Dieses Together-Ding. Das hat man komplett unterstreichen wollen. Und das kann keiner besser als John Cena. Ich hab's komplett gefühlt. Ganz ehrlich, absoluter Superstar, der Typ. Ich hatte teilweise Gänsehaut, ja. Weil er auch so einen Moment hatte, wo er ganz kurz selber mit den Drehen kämpft. Das kann natürlich einfach eine gute Promo sein. Mag sein. Oder er hat's wirklich gefühlt. Ich hab's auf jeden Fall gekauft. Und das ist das Wichtige. Die Halle hat's komplett gekauft. Er holt die Halle auch komplett ab. Der hätte wegen mir noch 10 Minuten reden können. Es ist ähnlich wie beim Undertaker in Hall of Fame. Ja, der kann wegen mir 3 Stunden reden. Ich würd dem Mann zuhören, weil er einfach viel zu erzählen hat. Und man nimmt es ihm einfach ab. Ja, er ist 45. Übrigens so alt wie Bobby Lashley. Ja, also von daher, da ist noch ein bisschen was möglich, glaub ich. Und das spielt er eben nicht. Er spielt eben nicht die Nummer. Mal gucken, ob ich überhaupt nochmal... Und was weiß ich. Dieses eine Match wird's auf jeden Fall noch geben. Und darüber noch nicht mehr. Und ganz ehrlich, das nächste Match wird SummerSlam sein. Da bin ich mir sicher. Denn man hat's heute schon geteased indirekt. Fand ich aber gut, dass man das Backstage gemacht hat. Und nicht in dieser Promo. Denn diese Promo war einzig und allein dafür da, was sie dann waren. Nämlich einmal Danke zu sagen und zu unterstreichen, hey, wir stehen zusammen bei WWE. Und wenn man so die Berichte liest in der Dirtcheats, ist es ja wohl wirklich so, dass John Cena Backstage nach wie vor ein Standing hat, wo viele sagen, yo, das ist einer, der hält den Laden zusammen, wenn er da ist. Und der sehr gerne gesehen ist. Und so ein bisschen auch wie der Taker früher, so eine Liederrolle einfach hat, wenn er da ist. Und ich glaube, das ist ungemein wichtig, gerade in unruhigen Zeiten. Und die hat WWE ja zwei Personen. Das kann man sagen, ja. Ja, John Cena, das funktioniert einfach. Ich fand's auch gut. Also generell diese Stimmung, diese Vives, die er da verbreitet hat, das ist einfach was anderes. Das ist halt nicht Match, Match, Promo, Match, Backstage. Aber? Sondern John Cena ist da. Das hat sich einfach anders gefühlt. Warum hat das funktioniert? Weil er eben auch unterstreicht, hey, ihr jubelt mir nicht nur zu. Nö, ihr habt mich auch ausgebucht, wenn's notwendig war. Und das ist genau eure Aufgabe. Das sagt er. Wenn irgendwas nicht passt, macht euch bemerkbar. Und das ist ein interessanter Satz, gerade hinsichtlich der Geschichte mit Vince. Wenn da irgendwas ist, dann macht euch bemerkbar. Ihr seid die Stimme. Ihr seid das Volk. Ihr entscheidet. Ich bin Volker. Das hat er jetzt sinngemäß gesagt. Das ist schon eine wichtige Line gewesen. Ich glaub, damit hat er auch viele abgeholt an der Stelle. Weil es eben nicht nur so ein, hey, Megastar, geiler Typ, blablabla war. Das hatte schon ein bisschen so Shades auf Cody Rhodes. Ja, den reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber mir hat's deutlich besser gefallen, weil es einfach organischer wirkte. Der hat nicht gewirkt, als würde er sich jetzt verstellen und irgendein Skript drunter erzählen. Nee, den hab ich das komplett abgekauft. Und auch wenn er im Charakter war. Wunderbar. Das sind diese Momente, die ich haben will bei Raw. Und damit war dieses Raw für mich schon um Tacken besser als die letzten Wochen. Ja, wenn sie die alten Stars wieder raus holen. Aber John Cena ist einfach ein cooler Typ. Also ich weiß nicht, das sieht man immer wieder. Auch diese Nummer, wo er dann nach Hollander geflogen ist, um den einen Make-Wish-Kind da glücklich zu machen. Das ist einfach, ist auch ein Übermensch. Ich weiß gar nicht, wofür er die Zeit alles hat und so. Und was er da noch macht, dann spricht er Chinesisch oder Mandarin. Also es ist... Weißt du, da kommen wir noch hin, Herr Flöter. Wir sind noch nicht 45. Ja. Wir haben noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Never give up. Sei einfach du selbst. Aber das muss ich auch sagen, das ist ja das Lustige, die ganzen Backstage-Promo, die er gemacht hat. Alles, was da heute kam, war ja genau diese Standard-Geblubber. So, never give up. Sei du selbst. Blablabla. Und dann stellt er sich in den Ring und holt die Halle komplett ab. Und es ist eben nicht dieses, ich halte jetzt einfach mein Promo und drop meine Catchphrases. Nee, er hat die Leute berührt in dem Moment. Das hast du gesehen. Die Halle stand komplett. Und die haben es einfach gefühlt. Und ganz ehrlich, hätte ich da gestanden, hätte ich es auch noch mehr gefühlt als ohnehin schon. Und das war ein toller Moment für diese Raw und vielleicht auch darüber hinaus. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal Szenen sehen davon. Interessant noch, am Ende sind das Ballier, die sind alle weg. Wenn es mit dem Endeffekt, die sieht man noch gar nicht mehr. Man sieht bloß bei Endurance einmal nochmal alle klatschen und dann sind sie weg. Dann ist die John Cena im Moment gut choreografiert auch. Eins, ein letztes noch. Das finde ich, ganz kurz dazu, das finde ich aber wichtig. Denn das ist, das ist wieder genau dieses, ich überlasse jetzt die Bühne diesem Mann. Ja, der hat heute sein 20-jähriges Jubiläum und dafür ist er da und dafür soll er es jetzt in den Applaus abholen. Ja, und den hat er ja gekriegt und da braucht es keine anderen Leute mehr drumherum und deswegen, das meinte ich gerade auch mit Theory. Man hätte jetzt drüber nachdenken können, kommt Theory raus, unterbricht ihn, hätte die Story an den Engel aufgebaut. Braucht es gar nicht, das kannst du anders lösen und das hat man hier gut gemacht. Ein letztes noch, wir haben ja vor ein paar Wochen Randy Orton gehabt, der hat ja auch 20-jähriges, die sind ja praktisch gleich in der WWE. Kann ich mir gar nicht vorstellen, diese Zeit, was die da für Stars kreiert haben in dieser Phase. Das war deutlich, deutlich abgeschwächter. Liegt natürlich auch daran, dass Randy Orton noch aktiv jede Woche mit dabei ist, aktuell gerade nicht. Aber da war ja wirklich nur dieses Riddle-Match, einmal feiern und dann Orton-Promo und so ein bisschen Video einspielen, aber das heute war nochmal eine ganz andere Nummer. So, jetzt haben wir Bom, 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 Bobby Lashley. Das war auch die ganze Zeit angekündigt. Das Match haben wir nämlich noch. Die letzte Herkules-Aufgabe vor Money in the Bank, bevor er gegen Theory antritt. Und zwar heute gegen die Alpha Academy in Gänze, gegen beide. Brüder, ich hab's dir glaube ich schon mal gesagt und ich sag's dir heute nochmal. Für mich ist dieser Otis absolut nicht mehr zu stoppen. Der ist natürlich mit dabei. Chad Gable ist mit dabei und Theory kommt auch zum Ring. Und was ist er heute? Special Guest Enforcer. Das, was damals Chuck Norris gemacht hat. Er steht am Ring und überwacht, dass der Refleer die Regeln einhält. Merke ich nicht, aber ist auch egal. Es ist ein Ein- und Aus-Tech-Handicap. Match, also die sind nicht gleichzeitig im Ring. Gegen die frühen Tag-Team-Champs, ich weiß nicht, ob die dann so als Geeks dargestellt werden müssen, aber meinetwegen. Es war unterhaltsam. Theory lenkt natürlich fleißig ab. Otis ist am Ende dann in dem Elektro-Chair. Musst du auch erstmal schaffen. Oben, Huckepack. Ja, Gable gibt dann im Hurt-Lock aus. Das heißt, Bobby Lashley gewinnt. Das ist maximal gestärkt vor diesem US-Title-Match, auf das ich richtig Bock habe. Es gibt noch einen Beatdown, soll es geben. Aber Lashley macht alle fertig, bis auf Theory. Der macht am Ende Miss nach, der am Ende Sami Zayn nachgemacht hat, indem er sich auch ausrollt und weggeht. Das war das Match, was ich letzte Woche hätte gerne gesehen. Statt diesem Gauntlet mit Theory am Ende. Das war das, was sie hätten machen können letzte Woche. Und das wäre okay gewesen, mit ein bisschen mehr Zeit. Das war jetzt acht Minuten. Das ist ein bisschen viel. Du hast gerade gesagt, man lässt die ehemaligen Tech-Champs als Geeks dastehen. Ja, das hat man letzte Woche besser gemacht, fand ich. Was man hier besser gemacht hat, ist eben, dass Theory und Lashley nicht aufeinander getroffen sind, im physischen Sinne. Sondern man lässt es offen und Theory geht natürlich stiften. Klassisch Heal. Das war okay. Er kriegt nochmal seine Revenge und damit ist das Match dann, wie gesagt, auch entsprechend aufgebaut. Wie gesagt, vielleicht eine Runde zu viel. Wieder dieses obligatorische eine Raw-Segment zu viel. Hat es jetzt wehgetan? Nee, hätte ich es gebraucht, aber auch nicht, weil Lashley war auch so schon over und hat entsprechende Pops bekommen. Man hat ihn halt nochmal gezeigt. Okay, wie gesagt, interessant fand ich hier nur, man lässt hier Cena komplett außen vor. Cena war vorher, Cena war dann abgehakt, was das anging. Man spielt eben nicht ganz offensichtlich damit, dass so ein Cena jetzt schon mit reinnehmen möchte bei der Theory-Geschichte. Nee, sieht mir so aus, als würden die Lashley und Theory jetzt abhaken bei Money in the Bank und dann, je nachdem, wer das Ding dann gewinnt, Richtung Summerslam mit Cena weitermachen lassen. Vielleicht gibt es dann ein Triple Threat. Vielleicht gibt es auch wirklich nur Cena gegen Theory ohne Titel. Auch das wäre die Möglichkeit oder eben um die US-Title. Das sind alles Möglichkeiten, die ich da sehe. Hätte man auch mehr auf die Fresse machen können und das hätten wir wieder kritisiert. Von daher, okay. Wie gesagt, das Match an sich für den Aufbau von dieses Matches für Money in the Bank, hätte ich jetzt nicht mehr unbedingt gemacht. Ich kann jetzt eine kleine Preview zu unserer Preview machen, denn wir reden natürlich auch über Money in the Bank. Preview auf Patreon ist jetzt ab morgen dann verfügbar, soweit ich weiß oder vielleicht heute. Keine Ahnung. Ich habe nämlich jetzt das perfekte Booking-Szenario. Ganz kurz, ich werde es vielleicht noch weiter ausführen in der Preview. Theory verliert gegen Bobby Lashley seinen Gürtel wegen irgendwas, weil Bobby Lashley einfach mega stark ist. Theory ist sauer. John Cena ist der Überraschungsgast bei Money in the Bank. Theory kostet John Cena Money in the Bank. Das führt dann zu einem Einzelmatch bei der SummerSlam, was John Cena gewinnt, um John Cena als Legende zu behalten. Und dann im nächsten PPV, keine Ahnung, was das ist, Triple Threat. Alle haben Ansprüche, Bobby Lashley, John Cena. Und Theory gewinnt, holt sich seinen Gürtel zurück und hat beide geschlagen am Ende. Finde ich einen coolen Engel am Ende. Der Event danach ist Cardiff. Ja, wird eine große Card werden, gehe ich von aus, ein großes Stadion. Ist eine Möglichkeit, ja. Ich glaube aber auch, dass man hier noch andere Sachen machen könnte. Wie gesagt, vielleicht ist ja dieses Bobby Lashley gegen Theory-Match wirklich das Match, wo der letzte Teilnehmer dann am Ende raus entsteht. Nämlich derjenige, der das verliert. Vielleicht ist es Lashley, vielleicht ist es auch Theory, beides, wenn möglich. Oder eben John Cena, der dann noch in Money in the Bank geht. Aber ganz ehrlich, ich glaube eher, John Cena wird man sich noch aufheben für SummerSlam. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es einer der beiden sein könnte. Und John Cena hat man ja noch mal mit jemand anders gleich gesehen. Das ist ja auch noch eine Option. ganz ehrlich, man kann, da geht gerade vieles. Und das Interessante daran ist, wir haben ja auch kritisiert, zu Recht auch, wenig Storys. Allein dadurch, dass Cena jetzt reinkommt in den Mix, und da möchte ich darauf hinweisen, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben, da gab es sogar ein Zitat zu. Wenn der jetzt noch dazukommt, hast du eine coole Geschichte. Und genau das haben wir jetzt gerade. Und jetzt, wie gesagt, musst du mir gleich erzählen, da gab es noch Backstage-Segments mit Seth Rollins und John Cena. Und da sage ich dir, da sage ich dir, yo, auch da könnte man ein bisschen was teasen und reininterprezieren. Denn die haben auch eine Vergangenheit. Auch da wäre ja was möglich, auch Richtung SummerSlam. Also ganz ehrlich, das finde ich ganz schön, dass jetzt noch nicht wirklich klar ist, was sie vorhaben. Aber nicht auf einer, es ist langweilig, nee, pass auf, aber nicht auf einer langweiligen Ebene, sondern auf einer Ebene, ey, ich bin jetzt echt gespannt, was die da vorhaben mit den Jungs. Das finde ich gut. Jetzt ist ja schon unser Preview, weil jetzt habe ich nämlich noch einen Namen, Kevin Owens, John Cena, US-Title, oh mein Gott. Also wenn wir eh das richtig machen, dann stehen uns gute Zeiten ins Haus. Jetzt sind wir bei Cody Rhodes, dem stehen aktuell nicht ganz so gute Zeiten ins Haus. Aber, das ist interessant, ein exklusives Interview, das machen die nicht oft, dass die einen verletzten Wrestler wirklich nochmal ins Programm nehmen. Normalerweise schreibt man den raus für den großen Überraschungspop. Der ist jetzt in seinem Gym. Der macht gerade Rehab, hat so ein Muscle-Shirt an, man sieht ein Pflaster auf seiner Schulter, man sieht nichts mehr von diesem grün-blau oder so, man sieht aber auch nicht alles. Dieses Pflaster, da deutet er darauf hin, das war Seth Rollins Schuld. Das war nochmal der Sledgehammer und deswegen sind es jetzt neun Monate wegen Seth Rollins. Das ist natürlich Storyline. Das ist wie weh. Keine Ahnung, wie viele Monate es sind, aber diese neun Monate, das, was da hinten rauskommt für Seth Rollins, das ist das, was er früher zurückkommt und wir alle sagen, boah, geil, der ist wieder da. So macht man das. Ja, und dann teest er halt Manco Beck. Genau richtig so. Es geht halt für ihn leider nicht. Er hat sich immer darauf gefreut. Und er sagt halt noch, wie gut die Teilnehmer sind und dass er sich auf das Match freut, einschließlich Seth Rollins. Das wäre jetzt mal was. Wenn der Seth Rollins gewinnen würde, dann würde ich ihm nämlich sogar gratulieren. Am Ende auch David geteased. Schönes Segment. Verletzung, ja. Neun Monate, das ist propagiert worden von WWE. Er hat gesagt, ich möchte gerne früher zurückkommen. Jetzt haben wir Money Bank. Wir haben einen Spot auf Tony. Nein. Das ist zu schnell. Nein, aber ganz ehrlich, man könnte ihn einbinden. Man könnte ihn durchaus dafür einbinden, eben Seth Rollins Sieg zu verhindern. Und dann hättest du schon wieder einen Aufbau und das würde dann auch erklären, warum er zu sehen ist. Finde ich gut. Ja, auch David. Das ist auch wieder so ein Name, der nach wie vor am Mix ist, auch wenn er verletzt ist. Und ich erinnere gerne an der Stelle an die Zeiten, als ein Austin damals mit einem Nackenbruch eigentlich ausfiel Monate lang. Der war in jeder Show. Der war in jeder Show mehrfach zu sehen und jedes Mal ist die Halle steil gegangen und es hat funktioniert. Das kann eine Möglichkeit sein, ihm irgendwie Gespräch zu halten, auch wenn er nicht wrestlen kann. Wie gesagt, Money Bank wird zu früh sein, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass es neun Monate dauert. Vielleicht kriegen wir schon Survivor Series oder irgendwas in die Richtung. Oder halt dann Day One, neues Jahr und keep him. Aber ich kann mir vorstellen, dass er durchaus dafür sorgt, dass Seth Rollins Money Bank nicht gewinnt und dann hättest du auch einen Pop. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, die man spielen kann und wie gesagt, auch mit dem letzten Namen, dass es offen lassen, so blöd das ist, weil es nicht erklärt ist, so gut ist es auch wieder, weil es lässt so viel Spekulation offen gerade. Generell. Wir müssen noch mal erwähnen, der World Title ist ja gar nicht im Spiel. Roman Reigns, WWE-Gürtel, das ist nicht zu sehen und die machen den US-Title jetzt gerade so wertvoll. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil. Vielleicht würde man das beim WWE-Gürtel gar nicht so abkaufen, diese Story, aber für den US-Title wunderbar. John Cena, der schäkert am Ende noch mit einem von der Crew. Das heißt, auch das wird mit reingenommen. Also er nimmt auch die Mitarbeiter mit rein und dann lacht Seth Rollins vorbei. Wie macht er? Er macht Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mach mit, Herr Flöter. Na, macht er natürlich nicht. Weißt du noch damals, mein lieber John Cena, weißt du noch, als ich dir mit meinem Knie das Gesicht gebrochen habe? Ja, das weiß ich noch. Wir haben viel gemeinsam. Ich weiß sogar noch, wie Seth Rollins einmal den US-Title von ihm geholt hat und Double Champion geworden ist. Das hat er gar nicht mehr gesagt. Musste er nicht. Aber wir haben viel gemeinsam, John und du und ich. Nur, ha, ha. Nur halt, dass du dein Cash-In von Money in the Bank vergeigt hast und ich nicht. Und jetzt bist du nicht mal im Match mit drin. Das war ganz interessant, das, was du gerade schon gesagt hast. Und dann kommt Omos und MVP noch mit dabei. Die müssen auch noch irgendwie zu Rollins. Wir gewinnen, sagen sie. Und Cena kriegt den Mund dann vor Staunen nicht mehr zu. Das ist das Letzte, was wir schon vor John Cinas sehen. Oder guckt er, weil Omos ist groß und dann hat John Cena auch den Letzten heute overgebracht. Geil gefilmt. Wie John Cena die ganze Zeit hochschaut und du gehst, der kam mal wieder weg und geht wieder drauf und der kuschelt immer noch so da und sagt dann bloß, viel Glück, Seth und geht. Geil, ja. Fand ich sehr lustig. Auch, dass man Omos so noch mal reinbringt. Er ist halt nur mal Teil dieses Matches und er wird ein gewichtiges Wort mitsprechen, weil er einfach von der Erscheinung natürlich imposant ist und der wird wahrscheinlich irgendwann noch begraben und rausgenommen. Aber das ist, das muss man so spielen. Das finde ich in Ordnung und das ist vielleicht die größte Bedrohung für Seth Rollins. Das will man uns sagen. Und am Ende ist es eben aber auch hier wieder John Cena damit reinzubringen. Du kannst ja, wie gesagt, auch John Cena und Seth Rollins in Zukunft wäre auch ein Money Match Richtung Mania vielleicht. Also er hat ja gesagt, nicht nur ein Match. Macht euch da mal keine Sorgen. Also ich bin sehr gespannt. Er spricht jetzt von Cena Mund. Das wäre bis Summerslam. Vielleicht kriegen wir Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal einen Run Richtung Mania und dann kannst du Seth Rollins bei Mania noch machen. Dann kannst du ihn in Rumble stecken. Da gibt es so viele Möglichkeiten mit Cena und alles wäre legit und alles wäre irgendwie geil. Bin ich sehr gespannt, was man macht und Seth Rollins hier einzubinden. Mein Lieblingsline, die er gedroppt hat, war übrigens, wir sind beide Stil-Ikone. Vorher noch die Diskussion oder das eine Schild mit den Shorts oder mit Shorts oder mit Shorts. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, Stil-Ikone John Cena. Ja, okay. Aber Kleinigkeiten, aber Seth Rollins ist halt wie immer entertaining, gar keine Frage. Und ich finde es auch mal gut, dass Seth Rollins einfach mal nicht rauskommt, nicht ein Match machen muss und bla, sondern einfach nur so ein kleines Interaktionsding. Es ist einfach eine Go-Home-Show. So, alle nochmal zeigen, alle nochmal, und das mit John Cena hat hier einfach komplett geholfen, die ganze Show über, weil man hat jeden irgendwie einbinden können, man hat Siri gebracht, man hat ihn gebracht, man hat, das hat einfach extremst geholfen. Keine Ahnung, wie die das gemacht hätten, wenn Cena nicht da gewesen wäre. Fazit nochmal später, wir haben noch einen Main-Event-Block, wir müssen nochmal zu den Frauen zurück, die haben nämlich auch einen Main-Event-Ladder-Match. Jetzt dann doch wieder sechs, denn wir bekommen alle, wie ich das sehe, alle, die verloren haben, bekommen jetzt nochmal ein Elimination-Match. Das sind Do-Drop, Nikki A.S.H., Becky Lynch, Shayna Baszler, Xia Li und Tamina. Das sind alle die sechs, die verloren haben, also insofern auch straight gang gebuckt, immerhin. Oder wie andere sagen, der Rest vom Schützenfest. Ja, also, sagen wir mal ehrlich, also die konnten keine Battle-Royale machen, weil mehr waren halt nicht. Nee, was stattdessen ist, ist eine Last-Chance-Qualifying-Elimination-Match. Interessant war Byron Sexton zwischendurch, als sie in der Mitte von Raw das Match ankündigen, hat er vergessen, wie Xia Li heißt. Das ist vielleicht nicht ganz so gut für Xia Li wie für Byron Sexton. Generell, da kann es, weil auch bei den Männern, ja, als das eine Match zu Ende war, also, als der Battle-Royale zu Ende war, sagt auch einer von denen, ja, damit steht, unser Teilnehmer fällt und dann sagt, nee, ein Spot ist noch offen. Also, Freunde, ihr solltet schon selber wissen, was er da erzählt. Das war ein bisschen awkward. Geht euch mal wieder sehr mühe, ja. Becky Lynch ist die Einzige, die eine Entrance kriegt und ich denke, wir wissen alle, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Doudrop und Neniki Ace Age arbeiten zusammen. Die sind vielleicht, vielleicht auch nicht on-off-mäßig ein Tag-Team. Haben wir nicht viele in der WWE, ich sage es nochmal, ja, bin ich echt gespannt in diesem Match, wie lange die beiden koexistieren können. Darauf wird auch gar nicht eingegangen. Ist egal, Becky Lynch eliminiert Xia Li, das ist dann auch egal, wie die jetzt heißt. Dann eliminiert der Becky Lynch und Niki. Dann gibt es den Tower of Doom, weil der muss immer mit dabei sein in einem Multi-Person-Match. Dann ist Doudrops Zeit. Doudrop eliminiert Shayna Weisler, Tamina splasht einmal komplett ins Leere, völlig unmotiviert, weiß ich nicht, was da los war. Elbow von Doudrop und auch Tamina ist raus und jetzt ist das große, große, große Battle Doudrop gegen Becky Lynch. Das Ding gab es beim Royal Rumble letztes Jahr, wenn man sich daran erinnert, das war das Match, als das WrestleMania-Zeichen gebrannt hat. Dieses Jahr. Das war auch witzig. Dieses Jahr auch, guck mal, ist noch gar nicht so lange her. Und dann gibt es einen Manhandle-Slam von Becky Lynch vom zweiten Seil an Doudrop und Becky Lynch ist nicht wenig erwartbar im Money in the Bank-Match doch noch mit dabei. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Becky Lynch gar nicht auf die Karte packen. Ja, aber das war ja drüber gesprochen. Das wäre schon sehr mutig gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte, genauso mit Riddle, weil eben auch ein Reigns fehlt und andere große Namen ausfallen mit Cody. Das ist schon richtig, dass man sich reinbuckt, die Art und Weise, wie man es macht. Hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausschlachten können. Also wie gesagt, wir haben sie einmal gesehen, als Cena ankam. Da saß sie so ein bisschen betröppelt und so. Dann gibt es diesmal keine Promo, aber vielleicht wäre es auch das Gute zu viel gewesen. Ich meine, das ist das einzig richtige Ergebnis. Also wenn man das Match macht, muss es so machen. Ich hatte ein bisschen Angst zwischendurch, dass sie Tamina nehmen. Da habe ich so, boah, also Tamina und Doudrop, die Phase, das war schon, buiuiui. Sehr interessant. Sagen wir interessant, Match ist natürlich, wie du sagst, es ist zwar der Main Event, aber es ist eben nicht die zweite Stunde, es ist eben die dritte Stunde und so fühlt es sich dann auch an. Wie gesagt, an und für sich die richtige Entscheidung, Becky da mit reinzunehmen, das kriegen wir zumindest und das macht, das wertet dieses Match auch auf, muss man einfach sagen. Finde ich auch in Ordnung. Auch hier wieder kann man aber natürlich genauso wie bei Riddle kritisieren, ja okay, warum soll ich mir die Wochen davor anschauen, wenn sie am Ende auf der letzten Rille noch irgendwie umschweifen. Das ist dann auch nicht überraschend, das ist dann eigentlich Tesa. Also sowohl bei Riddle, in dem Moment, wo klar war, die Welt loyal ist, war mir klar, Riddle gewinnt das und in dem Moment, wo klar war, dieses Match findet statt, geht Becky noch ein. Das sind aber die beiden Namen, die da rein gehören. Wer denn sonst? Also Termina, bitte dich. AJ, bitte dich. Nicht aufgebaut, null, hätte keinen Sinn gemacht. Dementsprechend, ja, kann ich mit dem Ergebnis leben, das Match hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Und da waren wir auch wieder zu viel Gerumpel drin und das ging dann auch 13 Minuten, also wrestlerisch von der Zeit her war ja einiges dabei. Aber es war besser und das muss man auch mal sagen, es war besser, das Match als Liv Morgan gegen Alexa Bliss und das hat mich überrascht. Ja, es hatte auch wenigstens ein Ziel, das Match, möchte ich auch wieder herausnehmen, es ist immer besser, wenn es im Wrestling um was geht, es ging um was. Was ich aber loben möchte, es ist dieser Curveball, der geworfen wurde. Du hättest auch, das haben sie viele Jahre so gemacht, dann kam Stephanie McMahon raus, hat gesagt, das sind eure Teilnehmerinnen, nehmt sie und wir haben noch vier Wochen Zeit. Man hätte auch in der ersten Show sagen können, Becky Lynch ist dabei, Asuka ist dabei, natürlich sind sie dabei. Nee, man macht drei verschiedene Wendungen, man macht das Einzelmatch, nochmal ein Einzelmatch, dann macht man das mit Bianca Belair, du denkst, es geht Bianca Belair gegen Asuka, nein, und am Ende sind sie doch beide drin. Das heißt, es ist genau das gleiche wie bei Drew McIntyre und Sheamus, das Ergebnis ist das gleiche, aber da hat man das Respekt dann deutlich, deutlich blöder gemacht und hier war einfach eine Story über vier Wochen, finde ich in Ordnung. Ja, in Ordnung, auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem richtigen Ergebnis auch, das ist okay, man wollte halt über die paar Wochen was erzählen, das hat man jetzt gemacht, wie gesagt, vom Gefühl her auch bei der Story auch wieder eine Woche zu viel, okay, ist halt wie es ist, man musste halt Programm anbieten, da waren jetzt ein, zwei Wochen dabei, wo ich sage, ah, das war mir dann zu viel, gerade Asuka und Becky. Einfach dreimal rausgeschmissen gefühlt in den letzten Wochen, das ist einfach zu viel des Guten gewesen, am Ende steht das, was alle erwartet haben und es ist die richtige Entscheidung. Also interessant fand ich an dem Match noch, dass man offensichtlich vergessen hat zwischendurch, dass Becky eigentlich heel workt, also das fand ich schon ganz interessant. Da kannst du mal sehen, wie die anderen nicht drin sein sollten von den Fans, ja, vom Geschmack her. Also ähnlicher Pop, ähnlicher Pop wie bei Riddle, also nicht ganz so stark natürlich, aber sie hat im Endeffekt Face-Pops bekommen und das spricht ja auch für sie als Wrestlerin und dass die Leute sie sehen wollen in diesem Match. So gesehen muss man sagen, ja okay, dann am Ende doch noch richtig gemacht. Wie gesagt, der Weg dorthin war ein bisschen häufig. Ja, man zeigt auch nicht so wirklich, wie sie jubelt und feiert am Ende. Da geht man relativ schnell raus. Also das passt schon. Der Vollständigkeit halber in diesem Match vertreten sind alle sieben Teilnehmer. Die haben nicht einmal die Teilnehmerzeit. Ich habe das so groß geteased. Wie oft ändern die das? Nein, sieben sind drin. Raquel Rodriguez, Alexa Bliss, Liv Morgan, Asuka, Lassie Evans, Schotzi und nun auch Becky Lynch. In unserer Preview werden wir euch genau sagen, wer das Ding gewinnen wird, weil wir tippen ja sehr gut, vor allem AEW tippt der Flitter sehr gut. Tipps für zu Money in the Bank. Wolltest du dazu was sagen? Kommt bald raus, ne? Ja, kommt, wenn, mit der Review, würde ich sagen. Also am Mittwoch, Nordstag spätestens. Ja, 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 da sind wir am Ende. Wir müssen jetzt noch ein Fazit zu Raw. Wenn die bei Verbindungen Stunde 45 machen dürfen, dann können wir auch mal fünf Minuten länger ziehen. Finde ich auch. Also ich möchte mit anfangen, weil die letzten beiden Wochen mittelprächtig, sagen wir mal so. Davor, nur besser. Dieses ganze Judgment-Deck-Kram, gut, dass das jetzt raus war. Also so wie das Judgment-Deck heute präsentiert haben, war in Ordnung. Und ich fand diese Show, also einerseits wrestlerisch ging es eigentlich, also du hast diese Qualifier, da ging es um was, Anfang und Ende, da hast du wieder die Klammer. Dazwischen, die Matches waren relativ irrelevant, aber sie waren eigentlich durch die Bank gut. Bis auf Alexa Bliss, das Ding okay. Also das ist schon mal gut für eine Wrestling-Show. Und ich fand aber diese Story, also John Cena hat das Ding natürlich getragen. Aber da sieht man halt, dass man eine Wrestling-Show auch durch solche Segmente aufbauen kann. Dass man da Storys erzählen kann. Wir haben, Entwicklung haben wir auch gesehen. Wir haben Cody Rhodes wieder gesehen. Ja, und wir haben diese Seth Rollins-Geschichte, was wir da alles hatten. Theory natürlich, diesen Star-Moment zwischendrin. Und dann ist das für mich ein gutes Raw. Das hat mir gefallen, ohne, dass ich die ganze Zeit Wrestling gucken muss oder ohne, dass ich irgendwie den größten Quatsch. Es war kein Tempty for Self und nix mit dabei. Einfach solide durcherzählen. Eine relativ ruhige Show auch plus diese Atmosphäre. Hat mir gefallen, Herr Flöter. Tut mir echt leid. Hat mir gefallen. Brauchst du dich entschuldigen? Sehe ich ähnlich. Ja, man. Keine super klassische Show. Gar keine Frage. Aber du hast gerade ganz richtig gesagt und ich habe es vorhin ja auch schon ein paar Mal durchlegen lassen. Die Geschichte mit Cena, dass er in jedem Segment oder in vielen Segmenten drin war, ohne jetzt wirklich viel beizulagen, aber allein seine Anwesenheit ist halt immer so ah, da ist er wieder so. Und das war cool erzählt. Die Promo-Diga-Haltenheit hat es natürlich nochmal komplett getoppt für mich. Und dann kommt noch Cody Rhodes auch noch mit in den Interview. Zwar nicht in der Halle, aber er ist auch noch zu sehen. Da hat man schon nochmal rausgehauen. Als Go-Home-Show war das absolut brauchbar. Ohne jetzt richtig heiß zu sein. Aber man hat eben noch die letzten Fragezeichen zugemacht. Bis auf diesen einen Platz. Und den lässt man sich bewusst offen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das bei SmackDown noch beantwortet. Da hat man nämlich nicht drauf hingewiesen, dass da noch was offen ist. Kann natürlich eine Überraschung sein. Könnte natürlich auch besser sein. Wenn der jetzt bei SmackDown rauskommt und sagt, ja, ich will aber auch einen Koffer haben. Dann sagen alle zwar warum, aber war beim Rumble ja nicht anders. Dementsprechend kann ich mir das durchaus vorstellen. Wäre aber nicht die geilste Lösung, finde ich. Mal gucken, was man jetzt macht. John Cena würde ich am liebsten sehen. KO gerne, aber John Cena wäre ein richtig geiles Brett. Wenn sie das noch hinbekommen, wenn sie den noch mit reinbucken, würde ich sehr gerne nehmen. Aber auch ein KO oder ein Ezekiel würde da helfen. Gar keine Frage. Bin gespannt, wen sie jetzt noch reinstecken. Aber offensichtlich, und das ist ja der große Punkt, man hat es geschafft, um Verletzungen, um Ausfälle drumherum zu arbeiten. Bei Raw, das hat man ganz ordentlich gelöst jetzt mit der Card. Vor ein paar Wochen hätte ich dann gesagt, ach, Man in the Bank weiß ich noch nicht so richtig. Wir haben immer gesagt, dass Männer, Man in the Bank okay, aber auch die Frauen, das ist okay. Viel mehr geht halt aktuell nicht und du hast halt nicht mehr Talent, was da drinstehen sollte und dann hast du eben noch Theory und Lashley. Das ist ein gutes Match. Du hast wegen mir auch die Tag Team Titles. Das wird ein ordentliches Match wrestlerisch, gar keine Frage. Und damit war diese Go-Home-Show, ist die Go-Home-Show gut gelaufen, würde ich sagen. Und die Go-Home-Show war besser wie viele andere zuvor. Dementsprechend gibt es einen Daumen mit Tendenz nach oben, ohne jetzt in Ekstase zu verfallen. Daumen, da sind wir wieder bei der Verbindendor. Da sind wir uns doch einig, wir haben auf alle Fälle Bock auf Money in the Bank. Hört euch unsere Preview an, zumindest ihr lieben Patreons, ihr macht das ab 3 Euro oder ab 6 Euro, weiß ich nicht. Also eins von beiden könnt ihr bezahlen und dann könnt ihr die auch 3 Euro sogar, zeige ich der Herr Flöter mir an. Das heißt, es ist gar nicht mal so teuer. Unterstützt uns da gerne patreon.com slash Spotify Podcast oder so ähnlich. Link ist definitiv irgendwo hier. Marcel, wir haben es geschafft diesen Monat. Wir sind in den Top 25 weltweit der Wrestling Podcast auf Patreon. Ja, Mann. Und da sind viele Englischsprachige drin. Wir sind die Einzigen, die Deutsch sprechen. Das ist formeller Podcast. Wollten wir nicht in die Top 20 kommen, war das nicht unser Ding? Nee, 25 haben wir gesagt. Aber natürlich, jetzt ist ja jetzt, es ist ja natürlich Top 5. Ja, also wir sind bei 5. Bei 480. Wir sind immer noch vor Jimmy Connett. Ja, ne? Ja. Wir sind bei 480 Zahlen. De Patrons, vielen, vielen Dank dafür. Das zeigt uns auch, dass ihr gerade Bock habt auf Wrestling. Natürlich, Verbindendor hat viele Leute geholt, gar keine Frage. Aber ich glaube auch, die Phase, die jetzt bei WWE ist, die ist deutlich besser, als viele erwartet hatten. Und jetzt gehen wir Richtung SummerSlam. Jetzt haben wir zwei Events in einem Monat. Freunde, wenn es sich jetzt nicht lohnt, weiß ich auch nicht mehr. Also zumindest dann ab 1. Das ist dann am Freitag. Spätestens dann solltet ihr einsteigen. Da könnt ihr nämlich auch am Tippspiel teilnehmen und auch lustige Preise gewinnen im Sinne von, ihr könnt Sachen bestimmen. Auch das ist ja möglich. Wer das noch nicht getan hat, tippspiel.spotfire.de. Alle anderen dürfen auch mit tippen, sind dabei außerhalb der Wertung. Das sage ich gerne nochmal dazu. Oder andere, die bei Rampage schon angemeldet sind, muss man sagen. Ich weise darauf hin, weil mich einige nochmal kontaktiert haben, weil es kurzfristig nach Rampage noch mal was hinzugefügt gab bei der Card. Ja, auch diese Woche könnte das passieren, dass wir für die Card bei Money in the Bank am Samstag noch was hinzufügen müssen, wenn bei SmackDown noch was passieren sollte. Am Sonntag passiert nichts mehr. Das heißt, wenn ihr Sonntag reinschaut und dann eure Matches tippt, dann kommt definitiv nichts mehr dazu. Das sei versprochen. Nee, am Sonntag könnt ihr nicht mehr. Ach, das ist zu spät. Ihr müsst Samstag reinschauen. Dann schaut Samstag nach der SmackDown Review. Schaut ihr rein und dann ist das unsere finale Card. Wenn dann noch auf Twitter irgendwas kommt, so ein Last Man Standing Match zwischen Brock Lesnar oder Roman Reigns, dann nehmen wir das halt nicht mit rein. Dann tippen wir das halt nicht. Das ist halt dann so. Aber deswegen möchte ich nochmal gerne darauf hinweisen, das ist immer nicht ganz einfach. Bei Rampage sind eben einfach noch zwei Matches dazugekommen und das haben einige nicht mehr mitbekommen. Das ist immer ein bisschen schade, aber leider können wir das nicht anders sehen. Deswegen haben wir das ja in meiner, als ich noch regiert habe. Marcel, jetzt ist aber Schluss. Ich hätte sowas nie passiert. Tolle Review. Tolle Review, Marcel. Toll. Money in the Bank Booking Video. Geil wird das. Du freust dich am allermeisten drauf. Ich habe auch wilde Sachen am Ende passieren. Ja, am Freitag. Am Freitag auf YouTube auch. Freitag auf YouTube. For free. Fantasy Booking. Oh mein Gott, da wird so viel passieren. Dann sind wir am Ende. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, welcher Tag heute ist, aber eigentlich ist es irrelevant. Aber ich frage dich trotzdem. Heute ist Tag der Verbinden Dorf 2. Ja. Nee. Heute ist Tau Day. Ich habe mich so geärgert. Ich hätte gerne mit dir einen Nachschlag gemacht, Herr Flöter. Tau Day ist doppelt so gut wie Pi Day. Irgendwann wird das dazu kommen. Heute ist, weil 3,14. Heute ist 6,28. Deutlich besser. Nerd Tag. Heute vor 25 Jahren hat übrigens auch Mike Tyson Yvanda Holyfield das Ohr abgebissen. Also wenn ihr noch nichts vorhabt heute. Geil. Freitag diesen Tag. Ich bin raus, Herr Flöter. Du darfst noch was sagen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja. Vieles gesagt. Patreon. Preview. Nehmen wir jetzt direkt auf. Kommt spätestens am Mittwoch. Fantasy Booking am Freitag auf YouTube. Gerne. Daumen. Kommentare. Jetzt abonnieren. Alles. Ihr kennt das Spiel. Und natürlich gibt es Samstag auf Sonntag. Sonntagmorgen gibt es natürlich auch die Live-Review zum Event. Und wir schauen ein Event natürlich auf twitch.tv slash Herr Flöter mit OE. Wir auch Smackdown. Ja. Volles Programm. Dieses Wochenende. Wir ziehen durch. Team WWE ist da. Ihr hoffentlich auch. Vielen Dank für den Support. Auch weiterhin. ein bisschen Spaß hier. Wir müssen ja nicht über jeden Headlock reden. Damit ist immer raus. Tschö. Mit OE.